Auf der einen Seite müssen wir den spezifischen Verbrauch, also den Verbrauch an Energie pro Quadratmeter, mindern. Und da sehen wir, wenn wir uns die letzten zwölf Jahre ungefähr angucken, das ist jetzt gar nicht so eine steile Kurve. Also die ist in den letzten Jahren abgeflacht. Es hat technische Fortschritte gegeben, aber auch noch andere Effekte, auf die wir dann auch beim nächsten Mal zu sprechen kommen. Das ist sozusagen das eine Thema, das wir adressieren müssen. Wie können wir diese Kurve weiter nach unten bringen? Das zweite Thema ist, hier das ist der spezifische Verbrauch pro Quadratmeter, aber auch die zu beheizenden Quadratmeter, die wir in Deutschland haben, wachsen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass unser Pro-Kopf-Flächenverbrauch steigt. Also in den letzten knapp 30 Jahren ist der von 35 auf 47 Quadratmeter pro Kopf angestiegen. Das heißt auch diese Frage, wie viel Quadratmeter brauchen wir eigentlich, ist eine ganz wichtige für die Wärmewende, zu der wir auch nächstes Mal kommen. Heute geht es vor allen Dingen um die Frage, ist das eigentlich erneuerbare Energie, mit der wir diese Raumwärme, dieses Warmwasser bereitstellen? Und da ist die Antwort, nein, zu einem ganz großen Teil, nämlich zu 85 Prozent sind das noch fossile und nukleare, aber vor allen Dingen fossile Energieträger. Und der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärme ist in den letzten Jahren so zwischen 13 und 15 Prozent geschwankt. Das Ziel für letztes Jahr war ja gewesen 14 Prozent Anteil. Das wurde zwar erreicht, aber Sie sehen eine dynamische Entwicklung nach oben, wie wir sie im Strombereich sehen, die sieht anders aus. Also da gibt es noch ganz viel zu tun und genau über diese Punkte möchten wir jetzt sprechen. Wenn wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen, diesen Energiebedarf, also jetzt nochmal diese 1300 Terawattstunden von eben inklusive der Prozesswärme, dann sehen wir, dass ein ganz großer Anteil des Kuchens aus Gas und das heißt aus fossilem Gas, also aus Erdgas, bereitgestellt wird. Und der zweitwichtigste Anteil ist hier das Öl, das Heizöl und dann kommen erneuerbare Energien, Fernwärme, auch Kohle. Die spielt natürlich vor allen Dingen in der Prozesswärme noch eine Rolle, also beispielsweise Asphaltwerke, die noch mit Braunkohlestaub befeuert werden oder solche Industrieanlagen und Strom. Und Strom bedeutet hier zum einen natürlich Strom auch für industrielle Wärmeprozesse, also Schmelzprozesse zum Beispiel, Strom auch für Nachtspeicherheizungen und jetzt zunehmend dann auch Strom für Wärmepumpen, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und wenn wir diesen Bereich der Fernwärme, der ja gerade auch im kommunalen Kontext sehr interessant ist, nochmal so ein bisschen auseinandernehmen nach seinen Energieträgern, also diese Kuchenschnitte hier und das da mal sozusagen mit der Lupe reingehen, dann sehen wir, dass auch dieser Bereich sehr stark fossil geprägt ist, also Fernwärme wird zu mehr als drei Vierteln aus Erdgas und aus Steinkohle einhalten, also vor allen Dingen auch Kraftwerken, die gleichzeitig auch Wärme auskoppeln, also die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung bereitgestellt. Die erneuerbaren Energien nehmen zu, eine ganz große Rolle spielen auch die Müllverbrennungsanlagen, also die Siedlungsabfälle, die oftmals auch in Wärmeanlagen genutzt werden. Also mit anderen Worten, die Fernwärme ist da auch derzeit noch sehr stark fossil geprägt. Also alleine über 70 Wärmenetze, die aus Kohlekraftwerken versorgt werden. Also das sind alles Wärmenetze, die wir uns dann nochmal genauer anschauen müssen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, weil das ja auch gerade in der kommunalen Praxis ein ganz wichtiges Thema für die nächsten Jahre sein wird. Vielleicht noch einen Blick hier in diese Kuchenschnitte Erneuerbare. Ich möchte Sie nicht mit zu vielen Balkendiagrammen und Kuchendiagrammen hier überfordern. Aber es ist, glaube ich, schon auch nochmal ganz interessant zu schauen, welche Erneuerbaren verstecken denn eigentlich hinter diesen 14 Prozent? Und das zeigt dieses Diagramm hier nochmal. Das ist die Wärmebereitstellung, Wärme und Kälte, wobei die Kälte sehr wenig Anteil im Moment noch ausmacht aus erneuerbaren Energieträgern. Und das Dunkelgrüne hier ist die feste Biomasse. Also Sie sehen einen ganz großen Anteil der Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien. Der kommt aus Holz vor allen Dingen. Also das sind die vielen Millionen Kaminöfen, die wir haben in Deutschland, die ganzen Feuerungen verschiedenster Art. Das heißt, das ist Biomasse, die einen großen Teil der erneuerbaren Wärme bereitstellt. Also nicht die Solarenergie. Die Wärmepumpen sind gerade erst sozusagen am Beginn ihrer Karriere. Und auch nicht die Geothermie und die Umweltwärme. Das ist der rote Anteil hier oben. Der spielt noch eine relativ kleine Rolle, sondern vor allen Dingen ist es wirklich die Biomasse, die im Moment noch diese 14 Prozent bespielt. Jetzt ist eine ganz spannende Frage. Wie kommen wir denn eigentlich weiter? Und ich hatte heute Morgen ein Telefonat. Es tut sich viel. Also das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz hat wahnsinnig viel in Bewegung gebracht. Dinge, die wir vor drei Wochen auch schon gesagt hätten. Aber manchmal braucht man dann immer wieder so einen Kickstarter. Dieses Bild zeigt hier nochmal das sogenannte Klimabudget. Das ist Ihnen ja alle ein Begriff. Aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal ein sehr eindrückliches Bild, weil wir ja viel vom 1,5-Grad-Ziel sprechen. Und wenn wir das 1,5-Grad-Ziel mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit erreichen wollen, dann müssten wir eigentlich schon 2030 klimaneutral sein. Und Sabine Drewes hat es gesagt, fast 30 Prozent dieser Emissionen hier kommen aus dem Gebäudebereich direkt über Gas- und Ölheizung und indirekt über Strom- und Fernwärme. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und wir haben ja seit gestern einen neuen Entwurf für das Klimaschutzgesetz, der jetzt schon nachbessert in Bezug auf die Klimaziele. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen wieder darüber diskutieren, wie man mit dem Klimaschutz auch im Gebäudebereich weiter vorankommt. Das heißt, es ist ein ganz dringliches Thema, umso mehr und umso wichtiger, weil natürlich der Gebäudebereich extrem langlebig ist. Also jede Gasheizung, jede Ölheizung, die Sie heute einbauen, müssen Sie entweder vorzeitig außer Betrieb nehmen oder Sie müssen in Kauf nehmen, dass Sie dann nach 2030 weiter Treibhausgase aus diesen Feuerungen haben werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt die Politik so zu gestalten, dass das möglichst nicht mehr passiert. Wenn wir uns mal anschauen, wo stehen wir da im Wohnungsneubau? Dieses Bild, das soll einfach mal so einen farbigen Eindruck geben. Sie können die Zahlen wahrscheinlich nicht lesen. Aber hier in Rot, das ist der Anteil der Gasheizung im Neubau. Also hier unten fängt es an im Jahr 2000. Da hatten die Gasheizungen noch drei Viertel aller Neubauten waren aus Gasheizung. Das ist jetzt mittlerweile zurückgegangen auf ein Drittel der Neubauten. Aber immerhin, also das heißt, auch heute werden Neubauten noch mit Gasheizung errichtet. Das liegt auch daran, dass das Gebäudeenergiegesetz, also unser Gesetzeswerk, das das regelt, entsprechend diese Möglichkeit auch noch zulässt, weil die Anforderungen an Primärenergiebedarf entsprechend noch nicht nachgeschärft wurden. Was wir aber auch sehen, ist, dass der Anteil der elektrischen Wärmepumpen extrem ansteigt. Entschuldigung, extrem ansteigt, dass wir also einen Großteil der Wohnungen, die wir heute versorgen, auch schon mit elektrischen Wärmepumpen und zunehmend auch mit Fernwärme versorgen. Und im Wohnungsbestand ist das Bild noch ein bisschen anders. Und das zeigt auch die große Herausforderung. Da haben wir hier, Entschuldigung, das ist falsch beschriftet. Das muss ich gleich nochmal korrigieren. Da haben wir immer noch 50 Prozent der Heizungen im Bestand, die mit, oder der Wohnungen im Bestand, die mit Gas heizen. Und hier, das sind nicht elektrische Wärmepumpen, Entschuldigung, das sind Heizöl, das sind Heizölaggregate, das heißt Heizölkessel. Das heißt, immer noch ein Viertel der Wohnungen in Deutschland wird mit Ölkesseln beheizt. Also das ist die Situation, vor der wir jetzt stehen. Und das zeigt einfach, dass wir da noch sehr viel umsteuern müssen. Also sowohl im Neubau als auch im Gebäudebestand müssen wir raus aus den fossilen Energien. Und bei der Fernwärme, ich hatte es eben gezeigt, entsprechend auch, weil dort eben viele Kohle- und Gaskraftwerke noch die Wärme einspeisen. Also eine Riesenherausforderung. Und ich möchte in den nächsten Folien, in den nächsten Ansatzpunkten so ein bisschen mehr anschauen, wie kann das denn eigentlich bewerkstelligt werden? Und dieses Bild hier, das werden Sie einige Male sehen. Das ist so ein bisschen auch so ein roter Faden. Das ist jetzt aus einer Studie der Agora Energiewende entnommen. Es gibt verschiedene andere Szenario-Studien, die so ein bisschen untersuchen, wie kann das denn eigentlich bis 2050, es gibt jetzt auch ein Update auf 2045, passieren. Wie kann man denn den Wärmesektor eigentlich umsteuern? Und dieses Bild hier zeigt das Ganze eigentlich sehr gut zusammengestellt. Und ich werde gleich im folgenden, gerade in der zweiten Hälfte von der heutigen Veranstaltung, einmal herauspicken, was dafür notwendig ist. Auf der einen Seite müssen wir nämlich sozusagen den Bedarf deutlich senken. Das ist sozusagen die Gesamtkurve hier. Ob das jetzt 40 Prozent Absenkung sind, 35 oder 45, da streiten sich die Gelehrten. Aber das ist so die Größenordnung. Wir können natürlich auch nicht unendlich absenken. Da wird es nächste Woche darum gehen, weil es eben auch viele Gebäude gibt, die entsprechende Restriktionen haben. Aber das ist die Größenordnung. Das Zweite ist, dass wir aus Heizöl, dem unteren hier, dieser unteren dunklen Säule und aus dem Erdgas aussteigen müssen. Und zwar sowohl im Neubau, da erst recht, aber auch im Gebäudebestand. Und dann gibt es diese einzelnen Säulen, die werden wir uns gleich jetzt noch ein bisschen genauer auch technisch nochmal anschauen. Das Grüne hier, die Biomasse. In dieser Studie wächst sie noch ein bisschen an, einfach auch um diese Schnelligkeit des Umstiegs zu ermöglichen, dann aber in der Ferne auch wieder absinkend. Wir werden auf die Biomassen nochmal zu sprechen kommen. Und eine ganz wichtige Rolle in diesen ganzen Studien spielt die Wärmepumpe. Das ist hier dieser Anteil Strom hier in der Mitte und auch der obere Anteil Umweltwärme. Die beiden Säulen zusammengenommen, das sind im Wesentlichen die Wärmepumpen. Also das heißt Wärmepumpen zusammen mit Wärmenetzen sind so zwei Technologiebereiche, die sich einfach als enorm wichtig herausstellen werden, weil sie die wenigsten, ich sag mal, Restriktionen haben, die meisten Möglichkeiten auch einen relativ schnellen Zubau zu bekommen und übrigens auch von den sehr hohen Anteilen erneuerbarer Energien im Strombereich zu profitieren. Jetzt kann man zwischen diesen beiden Strategiesäulen Einsparungen und erneuerbare Energien spielen. Und das haben wir mal in einem Bild, das übrigens auch in dieser Broschüre zu finden ist, für die Böll-Stiftung mal so dargestellt. Also hier hinten, diese Kurve zeigt sozusagen an, wenn wir insgesamt 95 oder meinetwegen auch 100 Prozent an Treibhausgaseinsparungen erreichen wollen. Das können wir entweder machen, indem wir quasi alle Energie wegsparen, also die Energieeinsparung auf quasi 100 Prozent bringen. Wir können es machen, indem wir alles ohne weitere Maßnahmen der Energieeffizienz mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Oder, und das dürfte sozusagen das vernünftige Mittel sein, verschiedene Kombinationen davon. Und das muss man jetzt in jedem Haus einzeln gucken, auch in jeder Kommune einzeln gucken, welche Potenziale haben wir. Wir werden auch ein paar Beispiele dann noch sehen. Und letztendlich müssen wir aber in allen Fällen auf diese Kurve hier drauf kommen. Und wenn wir uns nochmal dieses Bild hier angucken, also 40 Prozent Einsparung und ansonsten der Rest im Wesentlichen aus erneuerbaren Energien, dann wären wir hier, Entschuldigung, falsche Richtung, dann wären wir hier also auf der Kurve hier ungefähr bei 40 Prozent Einsparung, also bei diesem Punkt hier. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, sowohl auf der Ebene des Einzelgebäudes, wie viel dämme ich, wie viel Effizienz mache ich, womit heizt sich dann? Auch auf der Ebene der Kommune, das ist das Stichwort Wärmeplanung. Und letztendlich aber auch auf deutscher Ebene, wo wir uns dann anschauen, wie viel Potenziale der erneuerbaren Energien gibt es. Die sind ja auch nicht unbegrenzt. Und wie setzen wir das dann im Gebäude ein? Und die Lösungen dafür, die werden ganz sicherlich unterschiedlich sein, je nachdem, ob wir jetzt über einen städtischen Bereich sprechen, in dem dann beispielsweise Wärmenetzlösungen im verdichteten Bereich sehr gut möglich sind, in dem wir in Vororten gucken, wo man dann beispielsweise kalte Nahwärmenäste verlegen kann, dazu gleich mehr, oder auch Wärmepumpen besser unterbringen kann, platzmäßig, oder auch im ländlichen Bereich, wo dann vielleicht eher noch Biomasse zur Verfügung steht oder mehr Fläche auch verfügbar ist für Solarenergie. Da muss man dann entsprechend in der Planung vor Ort dann unterscheiden. Also so viel vielleicht erst mal am Anfang sozusagen ein Blick von ganz oben. Und ich würde jetzt im Folgenden, aber da würde ich dann zwischendurch erst mal wieder an Sabine zurückspielen, im Folgenden wirklich diese einzelnen Technologien, also die Wärmepumpe, die Biomasse, die Wärmenetze, die Solarenergie und auch die Gase einfach mal durchgehen nach und nach und schauen, welche Bedeutung die haben können, welche Sachen man da beachten muss und genau welche Rahmenbedingungen dafür vielleicht auch existieren müssen. So viel vielleicht erst mal in dem allerersten Block und damit gebe ich noch mal zurück an dich, Sabine, ob es schon erste Fragen gibt, die wir an dieser Stelle einspeisen sollten. Ja, vielen Dank. Ja, es gibt einige Fragen. Wir haben hier einige Verständnisfragen bekommen, einige Fragen, die sich auf den generellen Ausbaupfad beziehen und einige Fragen, die sich auf spezielle Energieträger beziehen, nämlich Biomasse, Solarenergie, Wärmepumpen und Gas. Deswegen würde ich gerne diese Fragen, die sich auf einzelne Energieträger beziehen, auf den zweiten Teil gerne schieben und zunächst die Verständnisfragen vorziehen. Und da war eine erste Frage von Ina Steude, die fragte, die Zahlen stammen aus 2018. Wie sieht das Ganze heute aus? Jetzt muss ich gerade mal schauen, das bezog sich auf diese Folie. Ja, auf Folie 9. Ja, genau. Also der spezifische Energieverbrauch ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren auch, also hier, das geht auch noch ein bisschen weiter. Die Zahlen sind bis 2019, wenn ich das richtig sehe. Und der Anteil erneuerbarer Energien ist auch konstant verlaufen. Das sieht man an diesem Bild hier. Da sind auch die Zahlen von 2020 enthalten. Also da sieht man schon, sozusagen der Anteil erneuerbarer Energien ist nicht wesentlich gestiegen. Da muss man dazu sagen, dass diese Prozentzahl, die hängt auch sehr stark von der Witterung ab. Also gerade der Anteil von Biomasse atmet sehr stark damit, je nachdem, welche Witterung wir haben. Aber es ist sozusagen kein signifikanter Zubau. Also es gibt natürlich Zubau, aber er spiegelt sich nicht in gleichem Maße in den Anteilen wieder. Ich muss dazu sagen, dass sich das gerade ändert. Da komme ich dann auch am Ende noch mal dazu, weil nämlich durch den jetzt eingeführten CO2-Preis und die deutlich verbesserte Kesselförderung im Bundesprogramm effiziente Gebäude da sozusagen sehr viel Spielraum entstanden ist. Da wird gerade übrigens auch sehr viel Biomasse zugebaut. Und das ist aber auch Wärmepumpen und Solarthermie. Das Bild wird sich im Jahr 2021 dann schon besser darstellen. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage von Eva Barrenberg, die wissen möchte, was Stromausfallsaldo bedeutet. Auf Folie 13 war das. Austauschsaldo vermutlich. Austauschsaldo, Entschuldigung. Das ist in diesem Fall, ist das ein Residuum, das sich ergibt, also letztendlich sind das Nachtspeicherheizungen. Die können aber so direkt nicht bestimmt werden, weil die sozusagen sehr alt schon sind. Letztendlich ist das Heizstrom, der dort eingesetzt wird für Nachtspeicherheizungen. Dann habe ich jetzt eine Frage von Tobias Bock. Das geht schon ein bisschen in den strategischen Bereich. Und zwar möchte er gerne wissen, warum auch bei Neubauprojekten immer noch so viele fossile Energieträger eingesetzt werden. Ja, also das ist eine gute Frage, die führt in das Gebäudeenergiegesetz. Sie wissen, dass im Gebäudeenergiegesetz eine Anforderung an Primärenergie vorgeschrieben ist. Die wurde einmal verschärft um 25 Prozent bei der letzten Novelle. Aber sie ermöglicht eben immer noch Gebäude, die mit Erdgas heizen. Das hat damit zu tun, dass sozusagen auch eine Bewertung auf Basis Primärenergie erfolgt, nicht auf Basis Treibhausgase. Und sozusagen dieser letzte Schritt der Verschärfung, der ja im Moment sehr stark gefordert wird, also zum Beispiel auf den Effizienzhaus 55 oder sogar noch effizienteren Standard, die diese Verschärfung noch nicht erfolgt ist. Und damit ist einfach ein Gebäude mit einer Gasheizung, lässt sich darstellen und lässt sich auch realisieren. Es gibt es einige Fragen, die in den strategischen Bereich gehen zur Zukunft der Wärmeversorgung. Einige Fragen, warum hat die Biomasse noch so eine starke Bedeutung im Jahr 2030 und überhaupt bei den Ausbaupfaden. Es gibt aber auch die andere Richtung von Fragen, die der Meinung sind, dass speziell auch in unserer Broschüre die Biomasse zu schlecht wegkommt, sozusagen speziell auch bei der Kostengegenüberstellung. Also vielleicht zur Kostengegenüberstellung, da haben wir ja einfach den Kostenrechner der Agentur für erneuerbare Energien genommen. Also wir haben auch sozusagen eigene Kostendatenbanken, aber um da quasi einfach eine, also weil wir kennen die Diskussion auch im Detail, um da eine abgesicherte Quelle zu haben, das müsste man sicherlich an der Stelle dann diskutieren, was die Kostendatenbasis, die an der Stelle vom IER kommt, anbetrifft. Die Biomasse ist natürlich immer so ein ganz großes Thema. Wir selber sind, und deswegen ist, glaube ich, auch die Zeitachse bei dem ganzen Thema Wärmewende sehr wichtig. Uns ist wichtig, dass wir jetzt einfach schnell in eine Transformationsfahrt kommen. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite schnell Gas- und Ölheizung auch ersetzen müssen. Und man wird nicht, aus verschiedenen Gründen, auf die ich gleich zu sprechen komme, sagen, überall einfach eins zu eins auch Wärmepumpen einbauen können. Da gibt es auch gute Gründe, dass man das sozusagen pro Gebäude sich anschaut. Und in diesen Gebäuden machen Biomasseheizungen aus unserer Sicht sehr viel Sinn, wenn es dann damit einhergeht, dass wir perspektivisch den Gebäudewärmebedarf absenken und damit auch die Notwendigkeit für Biomasse im Gebäudebereich dann zurückfahren können. Also uns ist wichtig, dass die Biomasse immer dahin fließt, wo sie am meisten gebraucht wird. Und das ist in the long run in der Tat im Bereich Prozesswärme, weil wir da schwieriger ersetzen können, auch im Bereich des Verkehrs, der Kraftstoffe und der stofflichen Nutzung. Also sozusagen auch Holzhäuser müssen entsprechend Rohstoffe haben. Das heißt, da muss man einen differenzierten, eigentlich braucht man da einen Allokationsplan für die Biomasse. Aber man wird umgekehrt auch die kurzfristige Wärmewende nicht schaffen, wenn man jetzt die Biomasse von heute auf morgen rausfährt. Deswegen ist, glaube ich, in dieser Doppelstrategie, das ausgewogen zu betrachten, es wird ja jetzt auch noch gefördert. Das wird man in den nächsten fünf bis zehn Jahren vermutlich zurückfahren, aber eben zusammen mit diesen anderen Strategien. Das ist jetzt aber einer der Punkte, ich komme mir gleich auch nochmal auf die Biomasse zu sprechen, die durchaus immer wieder bei Veranstaltungen natürlich zu ganz großen Diskussionen führt und einer der großen strategischen Fragen ist. Genau. Ich denke auch, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde ganz gerne nochmal den Hinweis wiederholen, wenn Sie persönlich zugeschaltet werden möchten, dann bitte ein T oder ein V vor Ihre Frage schreiben. Das ist durchaus möglich. Ich würde gerne noch eine Frage vorweg ziehen zum Thema grüner Wasserstoff und Wasserstoffspeicher. Warum das bei uns und in der Darstellung von Martin Peent, warum das da so eine geringe Rolle spielt. Darf ich da auf den zweiten Teil verweisen, weil da habe ich ein Bild zu Wasserstoff drin und dann können wir das gerne anhand dessen diskutieren. Gut, ich glaube, dann sind wir aber schon eigentlich auch am Ende der generellen Fragen angelangt. Und da wir jetzt eigentlich ganz gut in der Zeit sind, würde ich einfach vorschlagen, wir machen jetzt weiter mit den einzelnen Energieträgern und machen die Pause vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir einen abgeschlossen haben. Deswegen würde ich jetzt einfach darum bitten, fortzufahren in der Präsentation. Sehr gerne. Und ich könnte mir auch vorstellen, Sabine, dass wir sozusagen, jetzt kommen eine Reihe von dicht gepackten Informationen über einzelne Technologien ja vielleicht eher noch mal nach zwei oder drei Technologien noch mal innehalten und dann auch die Fragen, die hier aufgelaufen sind, entsprechend aufgreifen. Genau, also jetzt möchte ich auf das Thema Wärmepumpen eingehen. Wärmepumpen sind ja, also wenn Sie auch die Literatur der letzten ein, zwei Jahre verfolgen, haben die einen ganz erstaunlichen Pfad genommen, muss man sagen. Letztendlich und das folgende Bild, das ich Ihnen zeige, da geht es mir eigentlich vor allem um die beiden Bilder. Den Text werden Sie nicht lesen können, den können Sie aber auf unserer IFA-Homepage runterladen, weil wir das auch als Factsheets erstellt haben. Also hier sehen Sie auch den Link dazu. Wärmepumpen sind ja eigentlich nichts anderes und das ist jetzt sozusagen meine stark vereinfachte technische Erklärung als ein umgedrehter Kühlschrank. Also dem Kühlschrank führt man elektrischen Strom zu und er erwärmt den Außenraum, also sozusagen die Küche und kühlt den Innenraum des Kühlschrankes entsprechend ab und die Wärmepumpe dreht das Ganze einfach um, also entzieht aus der Umgebung, Umgebungswärme, kühlt sie damit letztendlich ein bisschen ab und erzeugt die Wärme für innen. Also das ist eigentlich sozusagen die Funktionsweise der Wärmepumpe und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diese Wärme zu entziehen. Ich habe hier mal ein Bild einer Luftwärmepumpe, da hat man so ein Außengerät, wie es hier, Entschuldigung, ich muss hier rüber gehen, einen Augenblick, verschiebe das mal eben hier hin, da hat man also hier so ein Außengerät, dass die Wärme aus der Luft entzieht. Man führt dann, man führt dann diese Wärme hier in die Wärmepumpe im Innenraum hinein und hat dann so eine Abfolge aus Verdampfer und Verflüssiger, wie das jeder Kühlschrank auf seiner Rückseite letztendlich auch hat. Und diese Wärme kann man dann in einem Wärmespeicher speichern, auch direkt nutzen. Und der große Vorteil der Wärmepumpe ist eigentlich zweierlei, also aus ökologisch oder dreierlei aus ökologischer Sicht. Auf der einen Seite wird eben die Umgebungswärme genutzt, also in diesem Fall die Abwärme aus der Luft. Es wird dann erneuerbarer Strom verwendet, der jetzt in Zukunft, gerade auch mit dem Kohleausstieg, immer erneuerbarer werden wird, also auch eben mit einer viel steileren Kurve, als wir das im Moment im Wärmebereich sehen, mit dem Ziel, nach jetzigem Ziel, 65 Prozent erneuerbarer Strom im Jahr 2030. Das wird natürlich entsprechend steiler, wenn wir jetzt die Klimazielverschärfung machen. Das heißt, in zehn Jahren werden wir schon zu einem Großteil erneuerbaren Strom zur Verfügung haben. Und die Wärmepumpen haben keine Emissionen, also keine Schadstoffe aus einem Kamin oder einem Abgas. Also durchaus ein wichtiger Vorteil. Jetzt ist aber wichtig dabei, wie effizient nutzt denn eigentlich diese Wärmepumpe den Strom? Denn wir wollen ja jetzt nicht sozusagen ein Äquivalent zu einer Nachtspeicherheizung, die einen Wirkungsgrad von vielleicht 95 Prozent hat, hier schaffen, sondern wir möchten möglichst effizient den Strom nutzen. Und da gibt es eine Kennzahl, die heißt die Jahresarbeitszahl. Das ist über einen gewissen Zeitraum gemittelt. Also das Wort Jahres weist daraufhin über ein Jahr gemittelt. Die bereitgestellte Wärme dividiert durch den eingesetzten Strom. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine Jahresarbeitszahl von drei bekomme, dann kann ich aus einer Einheit eingesetztem Strom drei Kilowattstunden Wärme bereitstellen. Und das ist auch so eine Größenordnung, die mittlerweile in Feldtests bei anständig installierten Wärmepumpen erreicht werden kann. Und das führt dann im Ergebnis dazu, wenn wir das hier mal von der Klimabilanz uns anschauen, im Vergleich zu einer Ölheizung, die ungefähr vielleicht 310 Gramm pro Kilowattstunden an Treibhausgasen aufweist, dass man da durchaus ein Faktor zwei besser ist als eine Ölheizung. Und zwar das gerechnet mit dem heutigen Stromfaktor. Und wenn wir dann so ein bisschen in die Zukunft schauen, ist man sogar ein Faktor drei besser. Das ist, glaube ich, der große Vorteil der Wärmepumpe. Und jetzt kann man sich noch überlegen, wo kann man vielleicht sonst Wärme noch entnehmen? Also hier dargestellt sind erdgekoppelte Wärmepumpen, die die Wärme dann nicht aus der Luft entnehmen, sondern zum Beispiel aus Erdsonden, die nach unten gebohrt werden oder auch aus Erdkollektoren, die flach verlegt werden, aus denen man diese Wärme dann erziehen kann. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, diese Wärme zu nutzen, nämlich beispielsweise aus Flüssen, wenn man jetzt im größeren Maßstab denkt, aus Gewässern, aus Abwärme, von Bäckereien, von Prozessen, von Rechenzentren aus. Ich hatte gerade heute Morgen einen Telefonanruf von der schwedischen Firma, die ein neues Produkt herstellt, das das Abwasser aus dem Haus sammelt und die Wärme aus diesem wärmeren Abwasser entzieht. Es gibt auch Ansätze über sogenannte PVT-Kollektoren, die sowohl Strom wie auch Wärme produzieren, auf dem Dach mit vorgewärmtem Wasser aus dem Kollektor die Wärme zu produzieren und so weiter. Und je mehr Vorwärmung man bekommt, also je weniger Temperaturhub man da machen muss, desto effizienter wird entsprechend die Wärmepumpe auch im Betrieb. Und das ist sozusagen die große Hoffnung. Jetzt hängt auf der anderen Seite diese Effizienz der Wärmepumpe auch davon ab, wo man das Ganze einsetzt. Und dazu gleich mehr. Es gibt da eigentlich zwei Fragen, die sich sehr häufig stellen in der ganzen Diskussion um Wärmepumpen. Das ist auf der einen Seite die Frage, wo kommt denn eigentlich der Strom her? Also zum Beispiel, wie sieht das denn eigentlich im Winter aus? Ist da nicht der Kraftwerkspark total dreckig? Dann haben wir die ganzen Kohlekraftwerke drin. Was wir hier mal gemacht haben, das ist jetzt schon ein bisschen ältere Studie, einfach um das mal so ein bisschen aufzuzeigen, ist zusammen mit Partnern haben wir mal die Primärenergiefaktoren, das Gleiche würde auch gelten für Treibhausgasemissionen, die Primärenergiefaktoren von Strom aufgezeigt. Also im Gebäudeenergiegesetz darf man heutzutage den Faktor 1,8 ansetzen. Das heißt, für jede Kilowattstunde Strom braucht man 1,8 Kilowattstunden Energierohstoffe. Und wir haben jetzt hier mal untersucht, wie variiert das eigentlich? Zum einen bei kälteren Temperaturen, also je kälter es wird, hier von im Januar bei 10 Grad haben wir 1,5. Wenn es sehr kalt ist, dann 2,0. Das ist nicht ganz linear. Dann gibt es manchmal diese kalten Wintertage, wo eine Flaute ist. Es gibt aber auch stürmische Wintertage. Deswegen muss man das wirklich modellieren, was an der Stelle auch geschehen ist. Und wir sehen, dass natürlich im Sommer, wenn sehr viel Photovoltaik da ist, wenn es warm ist, wenn die Sonne scheint, der Faktor entsprechend auch dann geringer sein kann. Was ich mit diesem Bild zeigen will, es ist jetzt nicht so, dass sozusagen an ganz kalten Tagen, selbst in diesem Kraftwerkspark von 2014 sozusagen der Faktor ganz schlecht wird. Sondern wir bewegen uns da in so einer relativ klar umrissenen Bandbreite. Und jetzt spulen Sie uns mal in das Jahr 2030, wo wir dann 65 oder sogar noch mehr Prozent erneuerbaren Strom haben. Dann wird entsprechend der Faktor für diesen Primärenergieeinsatz viel, viel besser noch sein. Also die Bilanz der Wärmepumpe wird dann entsprechend gut sein. Jetzt kann es natürlich trotzdem immer noch sein, dass es Tage gibt, an denen es weder Sonnen- noch Windstrom gibt. Und da hat das Fraunhofer IEE in Kassel mal eine Analyse gemacht. Was würde denn eigentlich sozusagen, was kostet das denn eigentlich, jetzt noch ein Gasturbinenkraftwerk zu bauen, das dann eben mit erneuerbaren Gasen an wenigen Stunden im Jahr betrieben wird? Eben an diesen Stunden, wo wir diesen Wind- und Solarstrom dann eben nicht haben. Im Vergleich zur Wärmepumpe selber. Also hier das Rosane, das sind die Investitionskosten für eine Wärmepumpe. Und dieser Anteil hier oben, das sind die Zusatzkosten im Gesamtsystem, die sich dadurch ergeben, dass man noch so ein Spitzenlastkraftwerk dazu bauen muss. Das heißt, diese Kosten sind auch machbar. Das heißt, selbst wenn man dieses Thema Dunkelflaute im Winter betrachtet, ist aus unserer Sicht die Wärmepumpe schon eine Zukunftstechnologie. Das ist übrigens wirklich, also vor 15 Jahren waren wir dann noch an einer anderen Stelle. Da haben wir ja auch erst überhaupt für den Kohleausstieg gekämpft, der jetzt kommt und der jetzt vielleicht sogar auch noch schneller kommt. Deswegen muss man an der Stelle in der Tat, glaube ich, eine Neubewertung dieser Technologie vornehmen. Ganz wichtig ist aber auch die andere Frage und die klang ja eben schon so ein bisschen an. Ich habe sie auch da gleich schon im Chat oder in den Fragen gesehen, nämlich die Frage, in welche Gebäude kann man denn eigentlich eine solche Wärmepumpe einbauen? Da könnte man jetzt einen eigenen langen Vortrag machen, vielleicht die eine oder der andere auf den Berliner Energietagen. Da waren bestimmt drei Veranstaltungen zum Thema Wärmepumpen im Bestand. Wir haben das hier mal nach Zahlen von Fraunhofer-Ise dargestellt. Wir haben mal die Messwerte aus den Feldtests des Fraunhofer-Ise zusammengestellt. Die zeigen, wie hoch ist denn diese Arbeitszahl, also die ich vorhin eingeführt habe. Also die Zahl, die beschreibt, wie effizient ist denn eigentlich im Jahresmittel meine Wärmepumpe. Die haben wir hier mal dargestellt als Funktion der maximalen Vorlauftemperatur. Also das ist die Temperatur, die Sie wirklich an den kältesten Tagen im Jahr in Ihrem Heizkreislauf haben. Im Mittel im Jahr kommt da eine viel niedrigere Temperatur daraus. Und wenn Sie so ein System haben, ich sage mal mit 55 Grad maximaler Vorlauftemperatur am kalten Wintertag, dann kommen Sie hier so auf eine Jahresarbeitszahl von drei. Ungefähr im Mittel, ein bisschen schlechter vielleicht bei einer Luftwärmepumpe. Bei einer Erdreichwärmepumpe liegen Sie da ungefähr 0,5 da drüber. Also was auch nochmal zeigt, dass solche erdgekoppelten Wärmepumpen überall dort, wo sie machbar sind, auch tatsächlich sehr nützlich und sehr machbar sind. Und deswegen, da schließen wir so ein bisschen raus, ich glaube nicht mal, dass man so eine harte Grenze definieren kann, ab wann eine Wärmepumpe in einem Bestandsgebäude eingebaut werden sollte. Aber ganz wichtig ist, dass wir die Temperaturen des Gebäudes senken. Und das kann ich tun, indem ich den Wärmebedarf senke, also das Haus zum Beispiel Dämme, Außenwand oder die oberste Geschossdecke oder andere Maßnahmen. Oder indem ich die Heizungsverteilung verbessere, größere Flächen schaffe, zum Beispiel die kritischsten Heizkörper austausche gegen größere oder Niedertemperaturheizkörper. Im Idealfall sogar Flächenheizung, also Fußbodenheizung einbaue. Das wird im Gebäudebestand oftmals aber schwierig sein. Und wir schlagen deswegen, haben jetzt gerade letzte Woche meinen Vorschlag gemacht, so einen Begriff, Gebäude erneuerbar fit zu machen. Also letztendlich durch ein Maßnahmenpaket dafür zu sorgen, dass man erstmal, das können auch niederschwellige Maßnahmen sein, Gebäude vorbereitet für Wärmepumpen und dann diese Wärmepumpen einbaut und entsprechend effizient decken kann. Und dann aber in den Zukunftsschritten mit weiteren Effizienzmaßnahmen immer weiter runterkommt von der Temperatur und damit bei der Wärmepumpe auch immer effizienter wird, ohne dass man das Gerät verändern muss. Das ist, glaube ich, das Gute an der Stelle. Bei uns geht es jetzt auch gerade mit Blick auf die Zeitachse vor allen Dingen darum, dass wir wirklich schnell Fortschritte machen, also dass wir möglichst den Einbau von Öl- und Erdgasheizungen im Gebäudebestand vermeiden. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man ein Gebäude vorbereitet für Wärmepumpen, dann aber durchaus auch statt einer Gasheizung nicht nochmal diesen Umweg über 15 Jahre macht und dann solche Wärmepumpen einbaut, dort, wo das entsprechend möglich ist. Und da kommen wir vielleicht auch noch zu einem weiteren Punkt. Es müssen natürlich auch einige Bedingungen sonst noch erfüllt sein. Bei den Luftwärmepumpen beispielsweise muss man ein Außengerät aufstellen können oder das innen unterbringen können, weil das, also jetzt beispielsweise hier in Heidelberg in der Altstadt ist das sicherlich schwierig, weil wir dann sehr, sehr geringfügige, aber immer noch hörbare Schallemissionen haben oder auch das ganze Thema, wenn ich eine erdgekoppelte Wärmepumpe haben will, kann ich eigentlich eine Sonde bohren? Komme ich mit meinem Bohrgerät in den Innenhof rein, gibt es genug Platz für die Sonden? Also das können dann Restriktionen sein oder auch die Frage, ob der Boden dafür erlaubt ist, denn in Gewässerschutzgebieten zum Beispiel kann man das nicht tun. Das heißt, da gibt es dann auch noch Bedingungen zu erfüllen. Also nicht jedes Gebäude ist direkt eins zu eins Wärmepumpen tauglich und deswegen brauchen wir auch den ganzen Mix an Technologien. Wir kommen ja gleich auch zu den weiteren Technologien. Also so viel vielleicht erst mal zu Wärmepumpen. Man könnte da noch unendlich viel zu sagen, aber ich möchte deswegen so ein bisschen sozusagen ja einfach auch den Blick weiten dafür, dass das eine Technologie ist, die sich einfach auch durch den Umbau unseres Energiesystems verbessern wird. Es muss einhergehen mit auch Verbesserungen unseres Gebäudebestands. Also aus meiner Sicht ist es nicht damit getan, dass man jetzt eins zu eins im Bestandsgebäude einfach eine Wärmepumpe einbaut und das ist unsere Energiewende. Man kann nämlich auch mit entsprechenden, mit entsprechenden, also gerade durch ein gedämmtes Gebäude die Last, die wir an solchen Wintertagen haben, runterbringen und übrigens auch, wenn die Wärmepumpe mal nicht gut eingestellt ist oder kaputt geht und man hat eine gedämmte Gebäudehülle, dann kann man 12, 14, 24 Stunden sozusagen darin wohnen, ohne dass die Temperatur unter 18 Grad fällt. Also auch solche Punkte sind bei dieser Balance, die ich eingangs gesagt habe, zwischen Effizienz und Erneuerbaren wieder zu berücksichtigen. Ja, soviel vielleicht an der Stelle erstmal zur Wärmepumpe. Mir ist bewusst, dass man sozusagen noch ganz viel reden kann. Sabine, du hast dich auch eingeschaltet. Wir können gerne jetzt auch einen Frageblock zu Wärmepumpen jetzt machen, weil da erfahrungsgemäß auch sehr schwierige und sehr wichtige Fragen auch kommen. Deswegen halte ich hier erstmal inne und blicke oder blicke den Fragen entgegen. Ja, vielen Dank. Du hast einige Fragen schon beantwortet, würde ich sagen, im Vortrag, nämlich die Frage nach dem Temperaturniveau, bei dem man im Bestand mit Wärmepumpen überhaupt arbeiten kann und diese Frage nach dem Grundwasserschutz. Was für Restriktionen sich daraus ergeben? Es gab hier einige Fragen zum Thema Kombination mit dem Strom und der Wärmepumpe. Zum einen war die Frage, ob der erneuerbare Strom dann eigentlich auch in Zukunft ausreichen wird für die Bereiche eben Wärme, der eigentliche Strombereich und der Verkehr. Das ist eine Frage. Die andere Frage war die Kombination mit einer eigenen PV-Anlage auf dem Dach, ob man es eigentlich schaffen kann, mit dem eigenen Strom sozusagen die Wärmepumpe zu betreiben. Ja, sehr spannende Fragen. Also zunächst mal zur Frage der Strommenge. Also wir machen selber gerade auch Gesamtsystemrechnung. Insgesamt wird die Strommenge sowieso extrem ansteigen. Also wenn Sie sich jetzt das 2045-Szenario der Agora-Energiewende anschauen, da streikt der Strombedarf von jetzt 500 Terawattstunden auf 1000 Terawattstunden eben für die gesamten anderen Bereiche Verkehr und Industrie auch. Das heißt eigentlich unsere wichtigste Aufgabe der Energiewende wird sein, die erneuerbaren Kapazitäten auszubauen. Also in dem Szenario wächst PV von jetzt 50 Gigawatt auf fast 400 Gigawatt die Windkapazität verdreifacht sich auf wie viel sind es dann 150 Gigawatt also nageln Sie mich jetzt bitte nicht fest auf die Zahlen aber so grob. Das heißt diese Herausforderung erneuerbaren Strom bereitzustellen die haben wir sowieso und die werden wir haben weil wir mit einer Elektrifizierung in vielen Bereichen arbeiten müssen weil das einfach die beste und auch die volkswirtschaftlich günstigste Form in vielen Bereichen der Dekarbonisierung ist. Also dieses Thema werden wir haben und entsprechend müssen natürlich dann auch die und das wäre ein eigenes Thema die ganzen Hemmnisse bei der Photovoltaik und vor allen Dingen beim Wind wo wir ja gerade wirklich Tiefniveau im Ausbau haben da wirklich die ganzen Bremsen zu lockern. Genau das war sozusagen im Schwindmarsch die Frage nach dem Strom jetzt Entschuldigung Sabine PV also Eigenstrom sozusagen Das ist ja schon eine Teilantwort darauf. Jetzt haben wir natürlich die Besonderheit dass der PV-Strom das ist sozusagen eine Binsenweisheit vor allen Dingen im Sommer sehr hohe Anteile hat deswegen deswegen sozusagen alleine mit einer PV-Anlage auf dem Dach jahresbilanziell könnte man das schaffen also wir haben gerade ein sogenanntes Energiewendemodul für einen Fertighaushersteller entwickelt da haben wir die PV-Anlage so groß gemacht und das Gerät oder das Modul die Wohnung selber so effizient dass man mit der PV-Anlage den Strom für die Wärmepumpe decken könnte aber das ist natürlich nur jahresbilanziell weil wir jetzt vor Ort keine riesigen Batteriespeicher bauen wollen das wäre an der Stelle nicht sinnvoll das machen wir lieber gesamtsystemisch muss man das mit dem Wind zusammen sehen und diesen eben auch beschriebenen Speicher und Spitzenlast Möglichkeiten aber auf jeden Fall ist es sinnvoll wenn ich eine Wärmepumpe habe eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen das ist sowieso sinnvoll auch eine wirtschaftliche Klimaschutzmaßnahme mit der Sie Geld sparen können deswegen ist das immer empfehlenswert und Sie steigern damit natürlich auch den Eigennutzungsanteil also sagen wir wenn Sie im normalen Haushalt 35% des Solarstroms selber im Haushalt decken können und dann bauen Sie eine Wärmepumpe dazu das haben wir auch mal sehr detailliert untersucht ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf aber dann sagen Sie dass Sie vielleicht 45% hinterher des Stroms selber nutzen können wenn Sie dann noch einen Wärmespeicher dazu machen und vor allen die Wärmepumpe im Tagesbetrieb betreiben was auch gut ist weil dann die Luftwärmer ist wenn Sie eine Luftwärmepumpe haben dann können Sie das noch weiter steigern also ist auf jeden Fall eine gute Idee Dann gab es einige Fragen zum Thema Legionellen Problematik also das sind Bakterien gefährliche Bakterien die in Trinkwassersystemen entstehen können die Frage danach wie sich grundsätzlich Wärmepumpen und Legionellen zueinander verhalten und speziell nochmal mit Blick auf Mehrfamilienhäuser also wie Mehrfamilienhäuser mit der Legionellen Problematik umgehen können wenn sie eine Wärmepumpe nutzen Ja also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten das zu tun also es wurde ja richtig dazu gesagt das betrifft vor allen Dingen Mehrfamilienhäuser also wenn bestimmte Literzahlen drei Liter in den Heizungen überschritten sind dann ist das ein wichtiges Thema da muss man gelegentlich aufheizen damit Legionellen entsprechend nicht mehr vorkommen und da gibt es jetzt unterschiedliche Strategien also grundsätzlich können das auch Wärmepumpen dann sinkt sozusagen für diesen Anteil entsprechend auch die der Coefficient of Performance also sozusagen die Leistungszahl die man in dem Augenblick hat und im Jahresmittel dann entsprechend auch die Jahresarbeitszahl das kann man aber tun man kann das auch anders lösen man kann auch für solche Nachheizprozesse noch einen Elektroheizstab haben der dann einen sehr geringen energetischen Anteil hat aber genau diese Nachheizung macht man kann Frischwasserstationen nehmen dass das Wasser eben nicht unten im Keller vorbereitet wird sondern eben wohnungsweise man kann Membranfiltrationen machen wo man die legionellen und das kommt zunehmend nicht durch Aufheizen sondern durch einen physikalischen Abduktionsprozess entfernt also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten richtig ist aber in jedem Fall dass deswegen Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus etwas mehr Überlegungen erfordern als im Einfamilienhaus wo ich diese legionellen Problematik aufgrund der kurzen Leitungslängen in dieser Form nicht habe aber es gibt viele Gebäude die so auf diese Art beheizt werden Ja vielen Dank ich habe hier noch zwei Fragekomplexe sozusagen die ich hier gerne einspeisen würde das eine war es gibt verschiedene Fragen zum Thema gasbetriebene Wärmepumpe also was das sozusagen für einen Sinn macht ob es Sinn macht und dann gab es eine Frage mindestens zum Thema Lebensdauer von Wärmepumpen wie sieht es damit aus Ja also gasbetriebene Wärmepumpen da muss man zwei Dinge unterscheiden also es gibt Wärmepumpen die nicht Strom als Einsatzstoff haben sondern Gas da gibt es sogar verschiedene Typen also verschiedene Mechanismen kleine Gasmotoren oder Zeolite oder andere die mit Gas betrieben werden und das ist aus meiner Sicht nichts anderes als eigentlich ein sehr effizienter Gaskessel also die haben Arbeitszahlen von 1,3 oder sowas in der Richtung und letztendlich habe ich da nach wie vor das Problem dass ich Erdgas einsetzen muss also das Problem habe ich zwar ein bisschen gedämpft weil es effizienter ist aber aus meiner Sicht ist das keine Lösung die uns wirklich in die klimaneutrale Zukunft trägt eine andere eine andere Frage kann ich kann ich nicht eine elektrische Wärmepumpe auch mit einem entweder vorhandenen oder kleinen zugekauften Gaskessel kombinieren und das ist durchaus eine clevere Sache gerade wenn man so in diesen Schritten denkt von denen ich gesprochen habe also wenn ich am Anfang also ich hatte gerade ein Familienhaus auf dem Tisch wir machen zwar jetzt keine konkrete Energieberatung aber wir kümmern uns da auch ein Beispielgebäude und da war genau das Problem also am Anfang kann man noch nicht dämmen der Putz ist gerade neu gemacht worden das macht man vielleicht erst in 15 Jahren und am Anfang sind die Temperaturen einfach noch zu hoch in diesem Gebäude um jetzt nur mit Wärmepumpen reinzugehen und da würde es sich zum Beispiel anbieten einen Gasbrennwert oder auch Pellet Brennwert Pellet Kessel Wärmepumpen Hybrid einzubauen also da hat man quasi in einem Kasten beide Heizungen drin man kann das dann auch so schalten dass das optimiert wird auf möglichst hohe Anteile von Wärmepumpen und dann hat man sozusagen die Vorteile der Wärmepumpe kombiniert mit dem abgedeckten Problem zumindest ich sage mal in den ersten fünf bis zehn Jahren aus dem Gaskessel in der Spitzenlast an sehr kalten Tagen zum Beispiel also solche Hybridheizungen sind eine Überlegung trotzdem sollte man sich das genau überlegen weil die kosten natürlich auch mehr das ist jetzt quasi zwei Heizungen nebeneinander aber das ist durchaus eine Lösung die sich im einen oder anderen Fall dann auch recht gut darstellen lassen kann vielleicht auch weil die Frage oft kommt also ist das jetzt dann verknüpft also ich hatte ja diese 55 Grad genannt ist das auch verknüpft mit dem Effizienzhaus Niveau nein also man muss nicht unbedingt auf einem Effizienzhaus ich sage mal 85 oder 70 gekommen sein um diese 55 Grad zu erreichen es kann auch sein dass man sozusagen durch große Heizflächen oder auch durch niederschwelligere Maßnahmen zum Beispiel im Einfamilienhaus die gedämmte Geschossdecke und die Kellerdecke und dann vielleicht noch ein paar gedämmte Heiznischen da erstmal hinkommt trotzdem sollte man natürlich perspektivisch das Gebäude danach auch weiter weiter entwickeln aber für den Ersteinsatz einer Wärmepumpe muss man nicht unbedingt auf dem Effizienzhaus Niveau gekommen sein genau und die Frage nach der Lebensdauer Lebensdauer also normale Heizkessel ich meine die Lebensdauer nageln sie mich nicht fest in der DIN-Norm sind die 15 Jahre zugrunde gelegt die Generationen die ersten Generationen an Wärmepumpen die also es gibt Wärmepumpen ja schon sehr sehr lange aber ich sage mal die moderne Generation hat das auch gut erreicht das heißt genau also da würde ich jetzt keinen großen Unterschied sehen zu einem Gaskessel da ist ja eher ein bisschen das Problem manchmal dass die so lange leben die Brenner weil man die Brenner dann austauschen kann dass wir sie gar nicht losbekommen in einer defossilisierten Welt aber da gibt es sozusagen keine Anhaltspunkte dafür dass die jetzt besonders früh kaputt gehen oder sowas ja super vielen Dank ich würde eigentlich gerne an dieser Stelle einen Schnitt machen und uns eine kleine Pause gönnen weil ich denke dass die Informationsdichte doch sehr groß ist und das Tempo auch hoch ist und bevor wir weitermachen mit der Biomasse würde ich einfach vorschlagen wir machen mal fünf Minuten Pause zum Luftholen und setzen das Ganze gleich fort also bis gleich und bei uns im Webinar Grundkurs Wärmewende geht es jetzt weiter mit dem Thema Biomasse und Martin Peent Ja ganz herzlichen Dank ich würde dann jetzt hier nochmal meinen Bildschirm freigeben ich habe nochmal gehört man hat eben meinen Zeiger nicht gesehen ich würde deswegen oder nicht durchgängig ich würde deswegen gerade nochmal den Bildschirm teilen jetzt kann man den Zeiger aber glaube ich sehen nicht gut ich komme jetzt zu einem weiteren Energieträger der ist sehr sehr vielfältig und ich beschränke mich jetzt hier auf feste Biomasse zunächst einmal wenn wir nochmal in dieses Bild hineingehen was ich Ihnen vorhin gezeigt habe von dem möglichen Entwicklungspfad der sich ergibt bei einem klimaneutralen Gebäudebestand dann sehen wir dass die Biomasse hier im Mittelfeld liegt also durchaus dann jetzt nicht mehr groß anwächst gegenüber heute aber weiterhin auch Wärme zur Verfügung stellt und deswegen ist natürlich wichtig sich das anzuschauen wie kann das funktionieren vielleicht hier mal kurz vorweg ein Bild das darstellt wie die Biomasse Stoffströme eigentlich in Deutschland gerade sind also es gibt ja unterschiedliche Biomasse unterschiedliche feste Biomasse auch also beispielsweise natürlich Holz das in Festbrennstoffe geht aber auch Stofflich genutzt wird dann aber auch die biogenen Abfälle und Reststoffe beispielsweise Gülle die in Biogas umgesetzt werden kann und landwirtschaftlich angebaute Biomasse die zum einen in den Bereich Biokraftstoffe hineingeht in Gasförmige Brennstoffe also beispielsweise Mais das dann zu Biogas vergoren oder verarbeitet wird und letztlich auch die Festbrennstoffe und wenn wir uns die Nutzungsseite des Ganzen hier hinten einmal anschauen dann sehen wir dass der Wärmebereich und davon das hatte ich Ihnen ja eben schon gezeigt vor allen Dingen auch der Haushaltsbereich sehr viel Wärme nachfragt oder sehr viel Biomasse nachfragt das heißt der Einsatz gerade von Holz im Bereich der Wärmeversorgung ist ein sehr wichtiger jetzt gibt es natürlich auf der einen Seite die Kaminöfen die Scheitholzöfen die Sie kennen auch die offenen Kamine da gibt es sogar sehr viele davon viele mussten jetzt ausgetauscht werden im Zuge der Kleinformsanlagen Verordnung der sogenannten ersten BIMGV weil die Emissionen dieser Anlagen zu hoch waren aber wir haben nach wie vor einen sehr hohen Bestand solcher Geräte aber daneben gibt es natürlich auch moderne Formen oder andere moderne Formen der Biomasse Nutzung beispielsweise die Holzpellet Kessel die eine sehr große Verbreitung gefunden haben wo also die Holzpellets in einem Lagerraum gelagert werden und dann in einem Kessel verbrannt werden daraus wird dann Wärme produziert und im Wärmespeicher zwischengespeichert damit man den Kessel nicht zu oft takten muss und dann an das Heizsystem weitergegeben Wenn Sie sich auch dafür die Klimabilanz anschauen im Vergleich zu Heizöl und Erdgas dann ist das hier eine hervorragende Klimabilanz solange die Biomasse die Sie nutzen auch nachhaltig angebaut wurde das heißt die auch wieder nachwächst damit sozusagen ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf vorliegt und solange nicht sozusagen Raubbau am Wald betrieben wird und nicht nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird Jetzt gibt es hier natürlich auch noch andere Aspekte hier gibt es einen Schornstein und der hat naheliegenderweise auch Schadstoffemissionen das ist vor allen Dingen eigentlich dann ein Thema wenn die Biomasse nicht kontinuierlich kontrolliert verbrannt wird also ein moderner Pelletofen hat mittlerweile sehr niedrige Staubemissionen man hat dort eine kontinuierliche Brennstoffzufuhr man hat auch eine geregelte Luftzufuhr man kann das ganze Geschehen relativ gut steuern problematisch wird es eigentlich eher bei den Kaminöfen beispielsweise erst recht bei den offenen Kaminen wo das Nutzerverhalten eine sehr starke Rolle spielt wo man also entsprechend einerseits sozusagen schauen muss dass kein feuchtes Holz verbrannt wird dass es kontinuierlich verbrennt dass keine anderen Stoffe mit dazugegeben werden die mit verbrennen und so weiter deswegen wenn ich jetzt hier spreche über Biomasse für die Wärmebereitstellung dann habe ich eigentlich vor allen Dingen auch wirklich die Biomasse in solchen modernen Aggregaten vor Augen und da gibt es im Rahmen des Bundesprogramms effiziente Gebäude also des Förderprogramms für Heizungen für erneuerbare Heizungen auch entsprechend strikte Anforderungen an die Schadstoffe diese Heizungen also da werden auch bedünnte Ofentypen oder Kesseltypen muss man besser sagen gefördert sodass also ja da auch dafür gesorgt wird dass sozusagen der Anstieg oder kein großer Beitrag zu gerade auch Feinstaub Emissionen geleistet wird aber wie gesagt das ist ein Thema deswegen auch die Kleinfallungsanlagen Verordnung bei den diskontinuierlichen also bei den kleinen Öfen ich selber hatte eine Zeit lang den haben wir auch vermessen messtechnisch einen auch mal einen Kaminofen einen sogenannten Twinfire Ofen der hatte dann noch eine zweite Flamme nach unten also eine Nachverbrennung des Brenngases der unverbrannten Bestandteile und noch eine Zyklonwirkung da drin und durch diese beiden Maßnahmen konnte man auch in solchen Öfen sozusagen die Schadstoffemissionen deutlich reduzieren das heißt auch in diesem Bereich der ich sag mal aus Wohnlichkeitsgründen aber auch aus Zuheizungsgründen oft betriebenen Öfen kann man viel tun um die Emissionen abzusenken es gibt mittlerweile auch Filter die an der Stelle eingesetzt werden können weshalb ist das Thema Biomasse und das hat sich ja auch schon ganz am Anfang gezeigt immer so umstritten das liegt einfach daran dass natürlich auf der einen Seite so ein gewisses Potenzial einfach vorgegeben ist dass sich ergibt aus den Möglichkeiten Reststoffe zu nutzen und die auch nachhaltig zu nutzen da sind ja Kollegen bei uns am IFO auch sehr intensiv daran also wie viel Holz sollte man beispielsweise aus dem Wald entnehmen und wo muss man bestimmte Holz Kompartimente dann auch im Wald belassen also solche Fragen und natürlich auch die Fläche die für die Biomasse zur Verfügung steht die man auch eben nur einmal nutzen kann und deswegen das ist dann die potenzialseitige Begrenzung wir haben dann noch eben Begrenzung auf Seiten der Nachfrage weil verschiedene Sektoren eben diese Biomasse auch haben wollen und wir argumentieren dann schon auch so dass man sagt Prozesse in denen man schwieriger mit anderen Möglichkeiten der Heizung reinkommt sollten da vorrangig sein auch die stoffliche Nutzung wo man das Holz beispielsweise in Form von Bauholz einsetzt und dann auch den Kohlenstoff entsprechend speichert sind da vorrangig dennoch bleiben größere Mengen zur Verfügung und deswegen glaube ich ist dieser Ansatz den die Agora Energiewende in ihrem Szenario gewählt hat nämlich dass die Biomasse Mengen insgesamt erstmal nicht stark ansteigen aber auch nicht drastisch sinken dafür aber deutlich mehr Haushalte damit versorgt werden können ist glaube ich an der Stelle ein 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 guter und auch sozusagen vertretbarer Kompromiss im Sinne einer Gesamtstrategie wo wir auch schauen müssen wie kommen wir aus den fossilen Energien eigentlich tatsächlich raus ja der Parfumsritt durch die Technologien auch bei der Biomasse könnte man natürlich unendlich lange diskutieren aber dann wäre unsere Zeit auch schnell vorbei ich bin immer noch bei den Einzeltechnologien ich möchte gleich auch nochmal zu den Wärmenetzen kommen deswegen vielleicht an der Stelle noch die Solarthermie das ist ja eine Technologie die es schon sehr lange gibt und letztendlich ist sie auch sehr einfach erklärbar also bei der Solarthermie haben wir entsprechend Solarkollektoren die durchströmt werden von Wasser und damit warmes Wasser bereitstellen das ist etwas was in der Vergangenheit sehr oft für Brauchwasser genutzt wurde also zum Duschen im Sommer aber auch zur Heizungsunterstützung herangezogen werden kann da ist sozusagen dann oftmals auch die Kopplung mit Pellet Kesseln attraktiv weil man diese Pellet Kessel dann entsprechend im Sommer auch ausschalten kann und die solare Wärme im Sommer dann Brauchwasser und im Winter auch unterstützend zur Heizung bereitstellen kann ich denke bei der Solarthermie haben wir einfach zwei große Themen das eine sind die Kosten denn anders als die Photovoltaik die in den vergangenen Jahren zehn Jahren wirklich eine ganz große Kostenentwicklung hinter sich gebracht hat ist die ist die Solarthermie hat diese Solarthermie diesen Kostensenkungsprozess in dieser Form nicht mitgemacht also wenn man sich die Evaluierung der Kostendaten einmal anschaut dann liegt die Solarthermie gerade im Einzelhaus also für kleinere Anlagen nicht deutlich unter den Investitionskosten die wir vor sechs sieben Jahren hatten und das ist natürlich ein Nachteil gegenüber den anderen Technologien die sich da weiterentwickelt haben und das zweite Thema das wir hier haben ist welche Hauptheizung habe ich eigentlich also aus meiner Sicht ist eine Kombination der Solarthermie mit einer Ölheizung oder mit einer Gasheizung nicht so sinnvoll weil wir dann immer noch sehr hohe energetische Anteile haben die fossil gedeckt werden müssen das heißt dann geht es auch um die Kombination mit Wärmepumpen oder mit Pelletkesseln beispielsweise oder anderen Formen der Biomasse Heizung und dann ist der Anteil den die Solarthermie insgesamt decken kann an der gesamten Wärmeversorgung eben auch entsprechend etwas begrenzt also aus meiner Sicht ist das durchaus eine Technologie die in vielen Gebäuden auch Sinn machen kann also da muss vielleicht auch der Energieberater die Energieberaterin drauf schauen aber keine Technologie die sozusagen die großen Terrawattstunden uns für die für die Wärmewende in Form von Einzelheizung bereitstellen kann interessanter wird es dann auch im Bereich der Wärmenetze wo man große solarthermische Kollektorfälle haben kann und wo dann die Kostensituation auch eine ganz andere ist als im Bereich der Einzelgebäude wo die Solarthermie eingesetzt ist gut ich hätte noch kurz die Gase gemacht Sabine oder sollen wir ein komplexes Thema wie die Gasversorgung oder sollen wir hier nochmal innehalten und Fragen aufrufen können wir gerne auch machen vielleicht machen wir einfach nur zwei kleine Fragen zu den beiden Energieträgern und zwar zum Thema Biomasse ist des öfteren die Frage gestellt worden ob es eigentlich in Zukunft genügend nachhaltig erwirtschaftetes Holz geben wird um diese Biomasse Anteile zu rechtfertigen sozusagen und zum Thema Solarthermie was du auch zum Schluss gesagt hast die Nutzung der Solarthermie in Wärmenetzen da kommen wir noch später dazu aber können wir sozusagen in Richtung mit der Solarthermie in Richtung Dänemark gehen ist sowas denkbar also von der Rolle der Solarthermie in Wärmenetzen ja also ich glaube und da schaue ich jetzt virtuell in die Nachbarzimmer von mir der Kollegen die sich sehr intensiv mit Biomasse beschäftigen die hatten beispielsweise für das Umweltbundesamt eine Studie gemacht die heißt BioRest in dem diese ganzen Potenzialanalysen sehr detailliert auch durchgezogen wurden insgesamt kommen wir auf so ein Biomassepotenzial in Deutschland von sag mal grob 1200 Petajoule wenn sie sich nochmal an diesen wenn sie das durch 3,6 teilen dann sind sie wieder bei den Terawattstunden das ist ungefähr 10% unseres Energierohstoffbedarfs und jetzt ist halt die wirklich spannende Frage auf welche Sektoren teilen sie die auf und dann ist sozusagen diese Aufteilung die wir heute im System haben heute gehen nicht auf die einzelne Zahl festlegen alle habe ich jetzt nicht im Kopf aber grob ungefähr 350 Petajoule in den Wärmebereich rein und das halte ich so für eine Größenordnung also 80 Terawattstunden oder so ähnlich das halte ich für eine Größenordnung die auch vernünftig die auch vernünftig in Zukunft abzudecken ist wir haben natürlich immer Spezialfälle also Kalamitäten Holz Sturm Schadholz solche Fälle wir haben auch sehr starke Unterschiede zwischen den Bundesländern also in Bayern zum Beispiel sehr starke sehr hoher Anteil an Biomasse weil es da auch entsprechend sehr viel Forst gibt und dann macht das auch sehr viel Sinn diese Biomasse dann entsprechend zu nutzen also ich glaube sozusagen dieser Pfad der da so vorgezeichnet ist mit so einem so einigermaßen flachen Verlauf des Biomasse Einsatzes der aber viel mehr Gebäuden dann in Zukunft zugutekommt weil die Gebäude dann effizienter werden der ist auch nachhaltig mit Biomasse darstellbar was wir völlig außen vor lassen aber auch aus gutem Grund ist der Biomasse Import also man könnte jetzt natürlich auch sagen man importiert die Pellets aus Kanada das ist derzeit noch überhaupt kein hoher Anteil mein Kollege hatte beispielsweise mal eine Studie gemacht für Holz aus Liberia und wenn man dann genau hinschaut das war mal für Berlin eine Diskussionslinie gewesen und wenn man dann genauer hinschaut dann nimmt man das Holz dort eben den Köhlern weg die dort auch sehr wichtig davon leben müssen und andere Prozesse damit betreiben das heißt da kommt man natürlich dann auch sehr schnell in internationale Fragestellungen rein also das wird dann auch beliebig komplex also summa summarum muss ich sagen halte ich diese einigermaßen flach halten da auch für einen sehr gut gangbaren Weg mit der Zielperspektive das am Ende dann zurückzufahren die zweite Frage nach den Solarkollektoren ja das ist natürlich eine gute Idee das liegt vor allen Dingen auch daran dass die Kosten für einen Solarkollektor im Freifeld ungefähr bei einem Viertel dessen liegen was sie auf dem Einzeldach kosten also wenn der Einzelkollektor vielleicht 900 Euro pro Quadratmeter kostet dann kostet der auf dem Feld vielleicht 200 Euro pro Quadratmeter und damit kriegt man Wärmegestehungskosten hin zwischen drei und vier Cent pro Kilowattstunde das ist dann schon sehr attraktiv das heißt das kann man dann auch nutzen um in Wärmenetze reinzugehen ich komme ja gleich auch nochmal auf die Wärmenetze zu sprechen aber nicht intensiv auf die Solarthermie deswegen kann ich das an dieser Stelle vielleicht auch schon mal vorwegnehmen wir haben uns das in der Vergangenheit auch sehr gut angeschaut was dann halt wichtig ist ist dass man auch die Möglichkeit hat wenn man höhere Anteile an Solarthermie erzielen will und nicht nur ich sage mal fünf Prozent oder zehn Prozent im Wärmenetz dann braucht man einen saisonalen Speicher der einem die Sommerwärme in den Winter rettet das sind in Dänemark ja häufig einfach große Löcher die obendrauf eine Schwimmdecke haben die gedämmt ist das ist ein Konzept das hat sich in Deutschland noch nicht weit verbreitet das hat auch damit zu tun dass wir ja bereits viele Wärmenetze haben die oftmals sehr günstige Quellen im Mittelpunkt haben also zum Beispiel ein Kohlekraftwerk oder eine Müllverbrennungsanlage und dann verdrängen wir quasi mit der Solarwärme diese günstige Wärme das heißt wenn wir über solche Netze nachdenken macht das Sinn gerade auch für vielleicht kleinere Kommunen kleinere Städte ähnliches eben zusammen mit diesen saisonalen Speichern in dem man dann vielleicht auch eine Wärmenpumpe einbauen kann also da gibt es durchaus Möglichkeiten aber da ist man dann wirklich im Wettbewerb auch der Technologien da ist nicht sozusagen gewährleistet dass die Solartermine sich da durchsetzt sondern da muss man einfach im Einzelfall schauen gibt es da die Flächen dafür macht das Sinn für dieses konkrete Wärmenetz ja Wettbewerb der Technologien ist ein gutes Stichwort ich würde jetzt vorschlagen weiter zu machen mit dem Energieträger Erdgas und dann im Anschluss dazu gleich das Thema Wärmenetze groß größer skalige Wärmeversorgung sozusagen gleich mitzumachen weil wir glaube ich sonst am Ende zu wenig Zeit noch für Fragen haben deswegen wäre das jetzt mein Vorschlag zum weiteren Vorgehen einfach sozusagen den Rest des Vortrages in eins weiterzumachen damit wir dann noch ein bisschen Zeit haben sehr gerne so war es ja im Prinzip auch gedacht also zum Gas zum Erdgas kann man jetzt natürlich sehr viel sagen an dieser Stelle vielleicht vor allen Dingen die Tatsache dass mehr als 50 Prozent des Erdgases aus Russland importiert werden die Niederlande haben ja gerade eine eigene Gas-Exit-Strategie aus anderen Gründen weil es dort Seismik Erdbeben gab die sozusagen da aussteigen das heißt wir sind da sehr stark und das zeigt ja auch die Diskussion über Nord Stream von Importen abhängig und insgesamt stammen von den Tonnen die wir an Treibhausgasen haben 170 Millionen Tonnen aus Erdgas das heißt es ist wirklich ein großer Teil und die Alternativen aus meiner Sicht das sozusagen aus Fracking hierher zu holen aus Kanada oder den USA sind aus meiner Sicht auch nicht überzeugend da haben wir nämlich neben den Treibhausgasen noch andere Umweltprobleme und deswegen stellt sich letztendlich die Frage kann man dieses Gas auch erneuerbar herstellen und das kann man tun das ist letztendlich auch ein elektrischer Prozess also Sie kennen aus dem Chemieunterricht natürlich ganz einfach die Elektrolyse bei der Elektrolyse setzt man auch wieder Strom ein und macht aus diesem Strom entsprechend Wasserstoff und diesen Wasserstoff kann man entweder direkt nutzen also den kann man auch in einem Gaskessel verbrennen den kann man in der Brennstoffzelle in Strom und Wärme umsetzen oder diesen Wasserstoff kann man weiterverarbeiten da braucht man dann noch CO2 dazu und zu so einer Art synthetischem Gas Power to Gas heißt es dann PTG weiterentwickeln und im Prinzip ist das eine gute Sache also ich bin überzeugt dass wir Wasserstoff im großen Stil brauchen werden die Frage die Frage wofür brauchen wir den Wasserstoff also eine ähnliche Diskussionslinie die wir wie bei der Biomasse haben wenn man sich da einfach mal die Wirkungsgrade dieser einzelnen Ketten anschaut dann sieht man wenn ich sozusagen eine Kilowattstunde Strom zur Verfügung habe die ich einsetzen möchte dann kann ich mit einer Wärmepumpe das war ja diese Arbeitszahl die ich vorhin eingeführt habe ich sag mal grob drei Kilowattstunden Wärme daraus machen wenn ich ein Elektrokessel habe dann ist das noch ungefähr eine Kilowattstunde Wärme wenn ich jetzt aber daraus mit diesem Zwischenschritt der Elektrolyse und dann noch dieser Weiterverarbeitung zu einem synthetischen Gas wenn ich daraus sozusagen dann Wärme in einem Brennwertkessel erzeuge dann habe ich nur noch 0,5 Kilowattstunden Wärme aus derselben Strommenge das heißt zwischen Wärmepumpe und Brennwertkessel mit Power-to-Gas habe ich im Prinzip einen Faktor 5 bis 6 und diesen Faktor für den muss man sehr sehr gute Gründe haben und ein guter Grund könnte sein dass wir den Wasserstoff in rauen Mengen aus Chile aus dem Mittelmeerraum und sonst woher bekommen also dass sozusagen dieser Prozess dieser erneuerbare Strom nicht aus Deutschland kommt sondern woanders her aber wenn wir uns dann die Zeitachsen vor Augen halten wie schnell so etwas geht eine solche Infrastruktur aufzubauen können wir sehen dass das keine Lösung für 2030 für unsere unmittelbaren Ziele ist und deswegen ist sozusagen die die Nutzung von erneuerbarem Strom um ein vielfaches effizienter wenn man in Wärmepumpen geht als in die Wasserstoffnutzung und ein zweites kommt hinzu dass wir den Wasserstoff in anderen Prozessen sehr sehr dringend brauchen werden also sowohl in Industrieprozessen wo wir Wasserstoff als Gas einsetzen können als auch im Verkehr wo wir Wasserstoff als Kraftstoff brauchen werden für Brennstoffzellen Fahrzeuge für längere Strecken auch als Rohstoff vielleicht für synthetisches Kerosin als Flugkraftstoff also auch da werden wir schon sehr große Mengen an Wasserstoff benötigen und deswegen ist unser Plädoyer eigentlich dafür zu sagen im Wärmesektor wo wir mit oder gerade im Gebäudewärmesektor wo wir mit Wärmepumpen eine viel bessere effizientere Möglichkeit haben sollten wir schauen dass wir möglichst weit mit dieser Form der Nutzung des elektrischen Stroms kommen und damit stellt sich aber eine ganz schwierige Frage letztendlich und die erleben wir gerade auch in unseren kommunalen Klimaschutz Konzepten und da ist glaube ich auch auf der politischen Ebene das letzte Lied noch nicht gesungen wie gehen wir jetzt mit unseren Gasverteilnetzen um also werden wir im Jahr 2030 noch weiter Gasverteilnetze haben oder sogar ausbauen mit Blick auf Wasserstoff sowas bietet sich immer dann an wenn wir sozusagen Ankerkunden also Industriebetrieb haben der dann auch wirklich Wasserstoff benötigt oder nicht und das ist eine ganz schwierige Aufgabe die jetzt auf kommunaler Ebene aber angegangen werden kann und zum Glück haben wir da eine Alternative aus meiner Sicht einer leitungsgebundenen Wärmeversorgung das sind nämlich Wärmenetze und das ist jetzt auch mein letztes Technologiethema sozusagen in diesem Crashkurs in diesem Galopp durch die einzelnen Technologien letztendlich sind das eigentlich nur Rohre durch die warmes Wasser verteilt wird und die letztendlich einige der Nachteile die wir vielleicht dann haben wenn jedes Haus seinen eigenen Kessel im Keller hat die das überkommen können ich habe hier einmal ein paar dieser Vorteile aufgeschrieben Wärmenetze können zum Beispiel bestimmte erneuerbare Energiequellen überhaupt erst erschließen helfen also wenn ich zum Beispiel tiefe Geothermie nutze also Erdwärme aus mehreren tausend Metern Tiefe das lohnt sich überhaupt nur wenn ich Wärmenetze habe das gleiche gilt für industrielle Abwärme die kann ich die muss ich mit Wärmenetzen zu den Verbrauchern bringen und das gleiche gilt auch für das Beispiel das wir eben hatten also die großen solarthermischen Kollektorfelder hier ist übrigens ein Foto davon mal abgebildet das ist eine solthermischen Kollektorfelder wo man eben diese Skaleneffekte diese Kostensenkungseffekte erschließen kann und das gilt übrigens auch und das ist gerade auch so ein ganz spannendes Thema an der Stelle für Großwärmepumpen also alles was ich erzählt habe vorhin zu Wärmepumpen kann man natürlich auch in großen Stil machen das heißt man hat zentrale Wärmepumpen die zum Beispiel das Wasser aus einem Gewässer oder einem Fluss oder einer Abwärmequelle oder anderen Niedertemperatur Wärmequellen nutzen können und dann eben über Wärmenetze an die Endkunden verteilen und das ist aus unserer Sicht in vielen Bereichen gerade im verdichteten Bereich also in städtischen Gegenden wo wir hohe Dichten haben an Wärmeabnehmern ist das eine Möglichkeit dass nicht jeder sein Außengerät vor das Haus stellen muss dass nicht jeder seinen Schornstein hat der dann gewartet werden muss sondern dass man wirklich gebündelte entweder Quartiersweite wenn man das in kleineren Netzen macht oder auch stadtweite Wärmenetze bekommt und wenn ich überspringe das hier mal man muss dann im Prinzip sozusagen wirklich auf die Suche gehen nach den einzelnen Wärmequellen hier mal zum Beispiel in Heidelberg fangen wir jetzt gerade an sozusagen zu gucken was könnte man denn da alles einspeisen da gibt es auch noch eine Kläranlage deren Wasser aus dem Ablauf man nutzen kann für eine solche Wärmepumpe da gibt es eine Kompostanlage die man auf Biomassevergärung umrüsten kann also noch verschiedene andere Quellen die man dann wirklich zusammensuchen muss um ein solches Wärmenetz dann entsprechend zu füllen aber dann das auch wirtschaftlich gut machen kann und vielleicht zum Thema wirtschaftlich da ist vielleicht für alle die die kommunal unterwegs sind noch eine wichtige Botschaft die sie vielleicht auch schon vernommen haben wir haben als EFOL dazu ein großes Förderprogramm entwickelt das sogenannte Bundesprogramm effiziente Wärmenetze BEW das wird sozusagen das Geschwist zu diesem Bundesprogramm effiziente Gebäude sein und dieses Programm wird recht massiv nämlich mit 40% Förderquote für die für die Kapitalkosten und auch noch mit einer Vergütung für die Wärme aus Solartermie und Großwärmepumpen das Thema voranbringen und damit können im Prinzip völlig neue Wärmekonzepte errichtet werden ich hatte dieses Beispiel Kläranlage genannt früher hat man da immer so ein Klärgas BRKW gehabt und dann vielleicht noch sozusagen eine kleine Wärmenpumpe daneben gestellt damit die aus diesem Eigenstrom des Klärgas BRKWs betrieben wurde mit diesem BEW wird es auch wirtschaftlich werden wirklich nur eine Wärmenpumpe dahin zu stellen da braucht man keine emissionsschutzrechtliche Genehmigung man kann im Prinzip die Abwärme die aus diesen Kläranlagen Abwasser sonst in den Fluss geführt worden wäre nutzen und damit recht hohe Anteile versorgen also wir rechnen das gerade auch für drei Kommunen durch in der einen Kommune könnte wirklich das Viertel eines städtischen Wärmenetzes damit auch gefüllt werden also das sind dann wirklich durchaus auch beträchtliche Energiemengen die damit möglich werden also unsere Hoffnung ist dass man wirklich da in andere Netzkonzepte auch hineinkommt und das muss man natürlich planen also da muss man sich überlegen welche Gebiete im städtischen Bereich eignen sich dafür welche können damit erschlossen werden gibt es vielleicht noch geothermische Quellen die man damit einbinden kann oder gibt es auch die Möglichkeit Niedertemperatur Wärmenetze zu verlegen dass man sozusagen eine sehr niedrige Temperatur verteilt bis hin zu kaltem Wasser das sich dann quasi wie so ein Erdkollektor verhält also wie ein Erdkollektor bei einer Einzelwärmepumpe könnte man gerade auch in Neubaugebieten sogenannte kalte Nahwärme verlegen die würde auch in diesen BEW entsprechend gefördert werden also das ist die Hoffnung die sich mit Wärmenetzen verbindet auch dort kann man natürlich Biomasse einbauen entweder Biomasse Heizkraftwerke oder auch Biomasse Kessel und dann kann man eben auch sehen dass diese Biomasse so optimal eingesetzt wird dass sie zum Beispiel im Winterbetrieb gerade wenn die letzten Temperatur gerade noch fehlen beispielsweise eingesetzt wird und noch clevere Netzstrategien beispielsweise damit verfolgt werden genau also das vielleicht zu der Säule der Wärmenetze also das wäre jetzt hier im Prinzip in diesem Bild der jetzt muss ich gerade mal schauen der rosane Anteil hier Entschuldigung jetzt muss ich auf dieses Bild gehen dieser rosane Anteil das ist die Fernwärme die also auch in dieser Studie ansteigt die sich sogar fast verdoppelt von der Energiemenge und entsprechend weil auch die Gebäude dann immer effizienter werden noch mehr als verdoppelt in Bezug auf die versorgten Haushalte also wenn ich das ein bisschen zusammenfassen möchte so als strategisches Bild dann sieht das ein bisschen so aus also wir haben Einfamilienhäuser Mehrfamilienhäuser und auch gesammelte Quartiere die Frage ist gibt es bereits Fernwärme ja oder nein wenn es Fernwärme gibt dann sollte diese Fernwärme auch entsprechend weiterentwickelt werden dazu fördert das Bundesprogramm effiziente Wärmenetze auch wenn es noch keine Fernwärme gibt dann ist ein bisschen die Frage das ist kein fixer Wert aber mal so ein Anhaltswert das hängt auch von vielen anderen Faktoren ab ist es dicht genug ist es geeignet um Fernwärme zu verlegen wenn ja dann kann man das machen dann ist man in diesem Bereich hier oben wenn nein dann hängt es ein bisschen davon ab wie der Energiebedarf der Gebäude ist und dann bietet sich aber in vielen Fällen auch entsprechend Wärmepumpe oder eben in diesem beschriebenen Maße auch die Biomasse als Versorgungstechnologie an ja so viel vielleicht sozusagen zu den verschiedenen Technologien so in einer in einer Gesamtschau und abschließend vielleicht noch so ein bisschen Blick auf die auf die Politikinstrumente die das Ganze gerade so ein bisschen durcheinander rütteln und das ist vielleicht auch für die kommunalen oder auch für andere Akteure dann hin und wieder auch so ein bisschen verwirrend weil wir haben sozusagen zum Ende letzten Jahres eine ziemlich neue Situation gesehen es wurden ganz neue Instrumente eingeführt beispielsweise neben der Energiesteuer die CO2 Bepreisung die jetzt wirklich dann auch ein sozusagen ein Preissignal setzt in Richtung in Richtung fossiler Energieträger aber auch der Emissionshandel der jetzt wahrscheinlich weiterentwickelt werden muss wegen der Verschärfung der Klimaziele es gibt aber auch verschiedene Förderprogramme von denen das Bundesprogramm effiziente Gebäude das BEG sicherlich das wichtigste ist aber dann eben auch dieses Wärmenetzprogramm das dazukommt und auch verschiedene andere Förderprogramme und es gibt natürlich das Ordnungsrecht und die zusammengenommen ergeben quasi den Politikmix da kann ich jetzt gerne auch bei den Fragen noch auf die einzelnen Instrumente ein bisschen tiefer eingehen gerade auch was die zukünftige Entwicklung dieser Instrumente anbelangt aber das ist so ein bisschen der Rahmen der vorgegeben wird und der sich jetzt eben auch wahrscheinlich noch vor der Wahl auch nochmal entsprechend verschärfen wird genau dieses Bundesprogramm effiziente Gebäude einfach um ganz kurz einen Eindruck zu geben weil es schon sozusagen eigentlich das wichtige Förderprogramm ist also je nach Effizienzhausniveau bis zu bis zu 45% und gleichermaßen gibt es auch Förderung für Einzelbauteile also zum Beispiel für für Heizungen bis zu 45% wenn sie eine Ölheizung austauschen und bei der Gebäudehülle ist es ein bisschen weniger da liegen sie dann entsprechend hier bei 20% Förderquote also das sind schon gute Förderungen bei der Gebäudehülle könnte man noch ein bisschen was drauflegen da gibt es auch noch ein Bonus wenn sie beispielsweise einen Sanierungsfahrplan haben oder wenn sie wenn sie bestimmte Werkstoffe also nachhaltige Materialien einsetzen die dann diese Förderung entsprechend auch noch ein bisschen erhöhen genau also so viel vielleicht erst mal von der Seite ich glaube ein Punkt abschließend der auf alle zukommen wird das ist das Thema Wärmeplanung gerade ich glaube es ist deutlich geworden wie viele Dinge man abwägen muss wie viele unterschiedliche Facetten gerade wenn man jetzt in der Kommune ist oder auch wenn man Einzelgebäudebetreiber ist welche Wärme ist denn eigentlich am besten wie kann das auch koordiniert werden dass nicht jeder jetzt sozusagen was anderes in seinem Gebäude macht und dazu dient eben die Wärmeplanung die das Ganze zusammenbringen soll die dann die dann erstmal eine Analyse des Wärmebedarfs macht sich anschaut was haben wir bereits für Infrastruktur was ist da vorhanden an Gasnetzen an Wärmenetzen wie sind die Potenziale auch für erneuerbare Energien für Abwärme vor Ort und was entsteht dann daraus für einen Gesamtplan mit vielleicht Versorgungsgebieten die eher für Einzelheizung geeignet sind andere für Wärmenetze vielleicht dritte auch welche für für gas versorgte Gebiete also da wirklich ein Gesamtbild zu entwickeln weil dann ist es wirklich auch volkswirtschaftlich sinnvoll wenn man das Ganze koordiniert aufeinander abstimmt und jeder Einzelentscheidung treffen muss genau also soviel erstmal vielleicht von meiner Seite zu diesem Thema Wärmeversorgung wir können jetzt gerne in der Diskussion und den Fragen überall reinzoomen Sabine da würde ich jetzt an dich übergeben ja ganz herzlichen Dank für diese unglaubliche Informationsfülle ich hoffe Sie können das alles noch verarbeiten das ist wirklich sehr viel auf einmal ich habe jetzt hier tatsächlich einen Teilnehmer der sich per Audio zuschalten möchte deswegen würde ich jetzt Holste Hagen bitten zu uns hier aufs Podium sozusagen zu kommen und die Frage zu stellen bitte bin ich zu sehen hallo nein Sie hatten geschrieben per Audio deswegen sind Sie jetzt nicht zu sehen aber das können wir vielleicht noch ändern aber hören können wir das muss ich auch nicht also wir ich bin in einer Bürgerenergiegenossenschaft hier in Twisring das liegt vor Bremen wir wollten ein Fernwärmenetz installieren im Industriegebiet mit Biogasanschluss von einem Landwirt und uns wurde gesagt dass die teuren arbeiten die Rohre zu verlegen und die sind in Preis so sehr gestiegen dass sich das alles jetzt nicht mehr rechnet so und wenn das jetzt so ist dass es so teuer wird dann kann man natürlich viele Projekte auch gar nicht mehr angehen ja Tiefbaukosten Tiefbaukosten genau also das ist ganz spannend wenn Sie sich die Spannbreite der Verlegekosten von Fernwärmetrassen mal angucken das variiert zwischen 150 und 3000 Euro pro Trassenmeter hängt natürlich auch vom Durchmesser der der Leitung ab und in der Tat wenn jetzt ist natürlich immer das Problem und das haben wir übrigens nicht nur nicht nur bei den Fernwärmerohren sondern genauso auch bei der Heiztechnik also wenn Sie eine Heizung bestellen dann haben Sie im Moment Wartezeiten also das ganze Thema Fachkräftemangel ist glaube ich eines der ganz großen Herausforderungen ich kann an der Stelle aber sagen dass sozusagen durch das Bundesprogramm effiziente Wärmenetze beziehungsweise wenn Sie jetzt da Biogasanlage haben wird das ja auch im KWKG gefördert kriegen Sie ja 40% der Investitionskosten für die Wärmeleitung schon mal gefördert das ist schon mal ein ganz guter Beitrag und dazu kommt dass im BEW zukünftig dann auch die Hausübergabestationen entsprechend mit förderfähig sind also das wird schon sozusagen da ein Puffer an der Stelle an der Stelle bieten also deswegen es wäre schade wenn solche Projekte aufgrund dieser gestiegenen Kosten nicht zustande kommen und das ist natürlich also sind da auch dann Überhitzungseffekte also wir sehen das jetzt auch jetzt durch das neue BEG riesen Nachfrage nach erneuerbaren Heizungen und entsprechend natürlich dann auch kurzfristige Kostensteigerungen die sich daraus ergeben Ja vielen Dank Frau Hagen ich habe jetzt weiter kein kein Zuschauer der sich noch zuschalten möchte live ich würde ganz gerne übergehen obwohl es auch noch einige Fragen zum Thema Gas gibt zu dem Thema Wärmenetze weil da ist natürlich gibt es auch sehr viele Fragen mit denen man sich hier vielleicht nochmal beschäftigen sollte weil das ja auch in der politischen Debatte so auch ein bisschen unterbelichtet sind und da waren eben Fragen zum Thema kalte Netze und Niedertemperaturnetze was ist das eigentlich was ist der Unterschied und in welchen Arten von in welchen Siedlungstypen kann man das eigentlich anwenden vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was mehr sagen Ja also kalte Nahwärmenetze das sind wirklich Netze in denen letztendlich Wasser ich sag mal mehr oder weniger unerhitzt verteilt wird also es können zum Beispiel auch Regenwassersammler sein das kann Wasser aus einer Quelle sein oder anderes also das auf Temperaturen zwischen ich sag mal 8 und 20 Grad verteilt wird und oft macht man das in ungedämmten Rohren sodass dann quasi die Rohre selber wie so ein Erdkollektor wirken also dass die dann eher sogar noch sozusagen dieses kalte Wasser erwärmen wenn man dann noch eine Wärmequelle hat dann speist man die auch noch mit ein also Niedertemperaturwärmequelle und dann hat man Wärmepumpen in den einzelnen Häusern die diese Wärme oder die Wärme aus diesem Wasserrohr entziehen also letztendlich ist das genauso wie eine erdgekoppelte Wärmepumpe die so einen Sohlebohren hat nur dass das Wasser nicht aus der Tiefe kommt sondern eben von einer anderen Quelle und das eignet sich vor allen Dingen auch dann wenn man also beispielsweise in Neubaugebieten weil man dann nicht keine Wärmeverluste durch die sozusagen die Wärmerohre hat und weil man dadurch sich auch sparen kann dass jedes Einzelgebäude ein Außengerät haben muss sondern dass man auch eine hohe Effizienz auch im Jahresverlauf bekommt durch diese kalte Nahwärme Niedertemperatur Nahwärme das ist jetzt kein definierter Begriff in diesem Sinne aber ich habe das mal so benutzt wenn ich beispielsweise wir hatten jetzt ein Beispiel eine Karstquelle habe oder im anderen Beispiel hatten wir ein Wasserkraftwerk wo die Turbinen sich erhitzen und dann das Kühlwasser davon hat meinetwegen 30 Grad oder 40 Grad in der Richtung und man hat dann noch eine Wärmepumpe die an einer zentralen Stelle dieses Wasser erwärmt aber nicht wie bei der normalen Fernwärme auf 110 Grad oder auf 80 Grad sondern auf niedrigeren Temperaturen also zum Beispiel auf 60 Grad und dann kann man das auch gut nutzen dann muss man sich Gedanken über die Warmwasserversorgung machen dieses Thema hatten wir ja vorhin da gibt es aber auch gute Lösungen dafür und das wären solche Niedertemperaturnetze die quasi schon Wärme verteilen auch in gedämmten Wärmerohren funktionieren aber auf einem möglichst abgesenkten Temperaturniveau Ja vielen Dank ja ich hätte noch die Frage wie welche Bedeutung haben eigentlich dezentrale Nahwärmenetze für die Wärmewende also wenn man sich die Förderlandschaft so anguckt und auch das Geschehen auf dem Markt dann hat man den Eindruck es passiert hauptsächlich was im Einzelgebäudebereich es passiert teilweise was bei der Fernwärme aber dezentrale Nahwärmenetze gibt es eben hauptsächlich in Süddeutschland oder ansonsten vereinzelt ab wann sozusagen macht das eher Sinn ein Nahwärmenetz zu machen als auf eine Einzelgebäude Änderung der Wärmeversorgung für Einzelgebäude zu setzen diese pauschale Frage ist natürlich schwierig ich hatte ja so ein paar Kennwerte mal eingeführt also ganz grundsätzlich möchte ich sagen Nahwärme ist eine tolle Lösung also es werden auch heute schon über tausend Nahwärmenetze pro Jahr gefördert also es ist nicht so dass sich da nichts tut und Nahwärmen bietet sich eigentlich immer dann an also wenn ein Gebiet nicht von großer Fernwärme erschlossen ist wenn es eine ausreichende Dichte hat um ein solches Netz zu verlegen und vor allen Dingen wenn man eine attraktive Quelle hat also wir hatten jetzt da überlegt man erlebt man oft auch Überraschungen wir hatten jetzt in Süddeutschland auch einen Fall eines Dorfes das wirklich nicht besonders wo man nicht sagen würde das ist die Nahwärmeregion schlechthin da gibt es aber eben so eine Kläranlage und im Ablauf dieser Kläranlage kann man eine Wärmepumpe installieren und die versorgt dann drei Straßenzüge also ein wunderbares Quartierskonzept und letztendlich keine so hohe Wärmedichte aber eine tolle Wärmequelle und deswegen ist es jetzt nicht ausreichend zu sagen man braucht immer ganz hohe Dichten für Nahwärmenetze sondern wenn es einen Bauern gibt der eine Biogasanlage hat oder eben andere Wärmequellen zur Verfügung stehen dann kann man die nutzen ein weiterer Vorteil ist Frau Hagen wir hatten ja gerade das Beispiel Energiegenossenschaft es ist ein wunderbares Aktionsfeld auch für Energiegenossenschaften weil das hat natürlich gewisse größere Investitionssummen das kann man vielleicht nicht unbedingt alleine stemmen aber damit kann man auch sehr gut Quartierslösungen hinbekommen also auch kleinere Areale und wenn man will kann man die schlussendlich auch vernetzen und wenn man dann so ein Overlay-Netz also ein Netz auf oberer Ebene hat kann man auch mal einzelne Nahwärmenetze verkoppeln also was ich damit sagen will man braucht da schon einen Profi der sich das genauer anschaut und guckt welche Lösung ist am besten aber vor allen Dingen in diesen Bereichen wo ich eine attraktive Quelle oder attraktive Quellen habe kann ich sehr gut Nahwärmenetze einsetzen und das wird auch im BEW mit dem neuen Programm das dieses Jahr starten wird sehr gut gefördert werden hier war noch eine Frage ob die Fernwärme nicht eigentlich die Tendenz zur Monopolisierung in sich birgt ja also ganz wichtige Frage das gehört übrigens auch zu diesen Themenfeldern die gerade in Berlin diskutiert werden ich sage mal unterm Strich kann man wenn man sich die Preisvergleiche anschaut dann sieht man ja dass in vielen Großstädten die Fernwärme eigentlich durchaus auch sehr attraktiv ist da gibt es ja auch sozusagen der Mittelwert glaube ich bei 8 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt und das sind ja die Wärmekosten das sind nicht die Energieträgerkosten da ist also der Wärmeerzeuger all das schon mit drin also das ist durchaus nicht unattraktiv trotzdem ist es uns da auch ein Anliegen also da gibt es auch Überlegungen in Richtung Transparenzpflichten beispielsweise bei der Veröffentlichung sowohl der Daten wie auch der Preise auch Vergleichsmöglichkeiten die man schaffen kann also das ist durchaus auch ein politisches Feld an der Stelle trotzdem ist aus meiner Sicht wärmepolitisch die Fernwärme einfach und klimapolitisch die Fernwärme ein sehr wichtiger Punkt und deswegen muss man diese beiden Sachen auch entsprechend zusammenbringen Sebastian Ruhe hat noch die Frage welche rechtlichen Möglichkeiten Kommunen eigentlich haben um eine Wärmeplanung auch konkret umsetzen zu können ja die Umsetzung ist eine gute Frage also wir haben ja jetzt in Baden-Württemberg den interessanten Fall dass die größeren Städte also grob über 20.000 Einwohner Wärmeplanung machen müssen das ist dann aber erstmal sozusagen die Planung auf Ebene der einzelnen Versorgungsgebiete und da ist keine verpflichtende Umsetzung erstmal daran geknüpft ich glaube trotzdem dass das ein ganz wichtiger erster Schritt ist und die Kommunen haben dann natürlich Möglichkeiten also aus dem E-Wärme-G beziehungsweise aus dem jetzigen GG geht die Möglichkeit davor dass man anschließend Benutzungszwang wenn man das machen will was viele Kommunen aber auch aus guten Gründen nicht machen wollen beispielsweise aussprechen kann es gibt die Möglichkeit über städtebaulich Verträge über das Baugesetzbuch oder auch über eine gute Tarifpolitik also wenn man sagt man gibt einen Anreiz für einen Anschluss an der Hausübergabestation einen Zuschuss von 3000 Euro ist das für viele auch ein Anlass da rein zu gehen und es gibt natürlich die Möglichkeit auch und das fängt glaube ich gerade erst an die Diskussion zu sagen wenn der städtische Versorger das kommunale Stadtwerk oder wie auch immer die Gasversorgung macht kann er sich daraus auch zurückziehen und Alternativen anbieten zum Beispiel ein Wärmenetz also das sind jetzt nur ein paar ausgewählte Vorschläge es geht noch weit darüber hinaus die politische Diskussion manche sagen zum Beispiel dass man diese Förderung gar nicht mehr also Förderung für Einzelheizung nicht mehr gewähren dürfte wenn man in der Wärmeplanung ein Wärmenetzgebiet hat also solche Überlegen gibt es auch aber das ist noch politische Zukunftsmusik Ja da habe ich noch eine passende Frage von Rudi Kaiserwert der danach fragt wenn die Häuser besser gedämmt werden denn dann sinkt ja die Wärmedichte wann macht sozusagen so ein Fernwärme oder Nahwärmenetz auch ökonomisch dann keinen Sinn mehr Also es ist halt immer die Frage wann man anfängt und wo man anfängt also in Neubauernetzen glaube ich da gibt es eine ganze Reihe von Konzepten also sei es dass man durch die gedämmte Gebäudehülle die Nahwärmenetze verlegt oder eben die kalte Nahwärme da muss man aber wirklich im Einzelfall schauen also da es ist auch nicht so dass man Wärmenetze auf Doppelkomm raus überall reindrücken muss also da gibt es auch Fälle wo das dann schlichtweg auch nicht mehr sinnvoll ist in Bestandsgebieten ist es erfahrungsgemäß so dass die Fortschritte bei der Sanierung und der Absenkung des Energiebedarfs immer viel langsamer passieren als man das vorhersagt das heißt wenn man Wärmenetze jetzt beginnt oder Fernwärme auch jetzt ausdehnt dann hat man sozusagen schon noch einen goldenen Anfang wenn man so will und wenn dann über die Zeit die Gebäude gedämmt werden dann ist das Netz aber schon refinanziert und man kann es gut weiter betreiben deswegen sagen wie auch immer man muss quasi mit dem Wärmenetzausbau jetzt anfangen wenn wir schon in der Welt 2050 wären dann wird es ökonomisch viel schwieriger das zu tun und deswegen ist es glaube ich gut sozusagen jetzt in die Wärmenetze reinzugehen und dann durch Nachverdichtung und Ausweitung die Kunden oder den Bedarf den man durch Sanierung wegdämmt sozusagen dann auch durch zusätzliche Kunden Neuanschluss von weiteren Kunden dann ausgleichen kann Ja vielen Dank jetzt haben wir schon sehr viele Fragen zum Thema Netze und größere Wärmeversorgung beantwortet und die das Thema Gas ein bisschen übersprungen deswegen würde ich ganz gerne nochmal dahin zurückspringen und nochmal die Frage hier einspielen wie viele Haushalte werden eigentlich mit Biogas schon versorgt und was ist davon zu halten dass teilweise auch Ökostromanbieter Biogasbeimischungen anbieten dann irgendwie so 10% und eigentlich Erdgas verkaufen beziehungsweise teilweise auch 100% Biogas wie ist das einzuschätzen das ist eine schwierige Frage also wenn ich richtig die Zahl im Kopf habe sind es glaube ich 300 oder 400 Gigawattstunden die im Moment aus Biomethan in Einzelheizung eingesetzt werden und ungefähr das 10-fache davon im Bereich Blockheizkraftwerke wo dann die Abwärme daraus genutzt wird nageln Sie mich auf diese Zahl aber bitte nicht fest also Biomethan spielt vor allem auch beispielsweise in Baden-Württemberg eine Rolle denn da gibt es das erneuerbare Wärmegesetz und da kann man mit einer Gasbeimischung von 10% zusammen mit einer zweiten Maßnahme diese Erfüllungspflicht erfüllen deswegen spielt das da eine große Rolle beim Biomethan ist es so ein bisschen ähnlich wie die Ausführungen die ich vorhin zu Wasserstoff gemacht habe ich finde Biomethan vor allem dann gut wenn es aus Reststoffen gewonnen wird aus Gülle da haben wir Treibhausgasvorteile weil die Gülle würde sonst einfach verrotten beim Energienavaros also nachwachsenden Rohstoffen muss man so ein bisschen aufpassen Stichwort dann auch entsprechend große Maisflächen also dieses ganze Thema aber da kann man Biomethan insgesamt schon sehr gut einsetzen ich sehe aber Biomethan vor allen Dingen notwendig in diesem Bereich flexibler Stromkraftwerke Prozesswärme wo man sehr hohe Temperaturen braucht also das was ich vorhin auch für die Wärmepumpe gesagt habe die Gasturbinen Kraftwerke in der Spitzenlast die müssen ja auch irgendwelches Gas betreiben bekommen und dafür brauchen wir halt auch erneuerbare Gase und das könnte eben auch dieses Biomethan sein und wenn man das schlichtweg einfach im Gasbrennwertkessel verwendet ich sage mal so das ist jetzt kein Fehler oder so aber das ist aus meiner Sicht nichts was uns nach 2050 führt also da müssen wir einfach noch weiterkommen und da sehe ich eben auch bei den synthetischen Gasen nicht die große Alternative weil die diesen Wirkungsgrad Nachteil haben dann wirklich eher im Bereich der Wärmepumpen und der Wärmenetze Ja ganz vielen Dank wir nähern uns jetzt dem Ende der Veranstaltung und es sind sehr 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 viele Fragen gestellt worden es sind auch viele Fragen beantwortet worden ich glaube die wahrscheinlich die Aufmerksamkeitsspanne geht so langsam ein bisschen runter und deswegen würde ich ganz gerne so langsam in die Schlusskurve sozusagen einbiegen wir haben wie gesagt viele Fragen beantwortet einige leider auch nicht und manche werden das nächste Mal beantwortet wir haben nämlich noch einen zweiten Teil dieser Veranstaltung des Grundkurses das ist am kommenden Mittwoch den 12. Mai beginnt schon um 14 Uhr in der Annahme dass vielleicht auch Leute den Brückentag nutzen nächste Woche deswegen alle Fragen zum Thema Energieeffizienz Wärmedämmung Förderung in diesem Bereich kommen dann nächste Woche dran ich möchte herzlich Martin Peent danken für den sehr sehr informativen Vortrag und auch für die Geschwindigkeit mit der du die ganzen Informationen in dieser kompakten Veranstaltung untergebracht hast ich glaube das ist wie gesagt sehr informativ gewesen und wir werden dann den Stream dieser Veranstaltung auch im Netz online stellen und sie darüber informieren also vielen Dank für den Vortrag vielen Dank Ihnen fürs Mitmachen und Zuhören und für die interessierten Fragen und wir hoffen Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu können ja und in diesem Sinne möchte ich mich herzlich von Ihnen verabschieden für die